Musik Zusammenspiel zwischen Held und Nuba und der Offenbacher-Stopper erzieht das 1 zu 0. Okay, okay, unendlich. Okay. Was war, ist vergessen. Es geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 3. Hopp. 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 Activist. Der Manöver erzut den Ausgleich und womit niemand mehr gerechnet hat, ist die 10 Sekunden vor dem Achtung. Die Vorentscheidung zum Wunsch der Kicker ist gefallen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe ein Spiel von 1966 bis 1969 aktiv, von Schülern bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in einem anderen Spiel Kicker noch gemacht. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Tag. Ich habe ein Spiel von 1946 bis 1969 aktiv, von Schülern bis zur ersten Mannschaft. Ich habe nur in einem anderen Spiel Kicker ist auf den Bach. Kicker ist auf den Bach. Zusammen spielt zwischen Held und Nuba und der Offenbacher Stopper zieht das 1 zu 0. Was war, ist vergessen, geht wieder bei 0 los und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen, vor allen Dingen die erste 30. Hop, 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 hop. Ich habe ein Spiel von 1946 bis 1969 aktiv, von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe ihn einfach reingespielt, Kickers am Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba, und der Offenbacher-Stopper erzieht das 1 zu 0. Okay, okay, unendlich. Okay. Kickers gehören in Stadien. So haben es unsere heutigen Gäste getitelt im Zuge ihres Wiederaufstiegs in die Regionalliga Südwest. Und damit sage ich herzlich willkommen live im OFC-Fanradio und Kickers TV und vor allem live vom Stadion am Biberer Berg, wo die erste Partie der Regionalliga Südwest der Saison 2022-2023 gleich in wenigen Minuten angepfiffen werden wird. Und als hätte ich es nicht besser timen können, links neben mir sitzt der geschätzte Kollege Mario Schnecker, gerade eben noch herangeeilt. Marius, wie immer, ich glaube, als Fressesprecher, erster Spieltag einer neuen Saison. Da fällt eine Menge an. Allerdings, Caspar, hallo. Und natürlich auch von mir hier in die ganze Zuhörer- und Zuschauerrunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Grüßt euch. Endlich geht's wieder los. Und natürlich ist es auch so, dass eine Vorbereitung für eine Saison immer noch mal ganz viel stressiger ist als so eine ganz normale Saison, wenn sie schon läuft. Und deswegen arbeitet jeder so ein bisschen auf den ersten Spieltag hin. Und da fällt einfach sehr viel an. Auch jetzt, weil es ein Eröffnungsspiel ist, weil die Regionalliga hier das ganze Programm auch mit vorbereitet hat. Und ja, du sagst es, ganz viel ist los. Und viel Programm, ja, gab es schon vorneweg. Ich guck mal Richtung Streambedienung Tim Bossert. Lass uns zuallererst über das Wichtigste reden. Die Stimme in Offenbach wurde vorhin geehrt. Olaf Kruse, ich glaube, da haben wir noch ein paar Bilder eingefangen von. Das war vor wenigen Minuten. Olaf Kruse, 30-jähriges Jubiläum hier im Stadion. Und da wurde er geehrt. Wirklich schöne Szene. Und ich glaube, wir können das vielleicht noch mal abfeuern, gleich das Replay. Da sind wir etwas übereilt rausgegangen. Aber ja, sehr schön, dass der Olaf da geehrt wurde. Und ich glaube, dem können wir uns nur anschließen. Sau geil, dass es dich da unten gibt. Und ja, sensationelle Arbeit als Stadionsprecher, die er da leistet. Absolut. Und das über 30 Jahre lang. Das ist schon eine sehr, sehr hohe Hausnummer, die er hier vorgibt. Da ist er noch mal. Also ich glaube, er hat von nichts geahnt. Vielleicht hat er es gehofft, dass was passiert. Aber ich glaube, das ist alles ganz im Geheimen geplant worden. Vom Event-Team und auch von Jörg Briel zusammen, der jetzt auch die Rede gehalten hat für ihn. Also ganz toll. Mach weiter so. Und wir wollen natürlich sofort auch auf das ganz Wichtige gucken, auf die Aufstellung der Offenbacher Kickers, der Gastgeber am heutigen Abend. Und da schauen wir ganz, ganz schnell rein. Also im Tor Johannes Brinkis, dann eine Viererkette aus Marcos, Archesen, Rossmann und Moreno. Dann Doppel-Sechs, Jopek, Breitenbach. Wir haben es in den letzten zwei Testspielen gesehen. Breitenbach als Sechster getestet. Und Trainer Christian Neithart möchte das jetzt heute also auch im Pflichtspiel sehen. Links außen Keanu Staude, auch einer der neuen. Rechts außen Mike Feigenspahn. Spielmacher Marcos Alvarez. Und jetzt wird es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen überraschend. Allerdings, wer die Vorbereitung verfolgt hat, wird nicht komplett aus allen Wolken fallen. Jan Urbich, der Youngster, darf also in der Pflichtspiel, im Pflichtspiel-Debüt, jetzt auch direkt von Beginn auf dem Rasen stehen. Ja, absolut toll. Also, was er da geleistet hat, auch in den Testspielen, war super, vollen Einsatz immer gezeigt. Einer, der mit Dynamik ins Feld geht und überhaupt nicht nachdenkt, sondern einfach macht. So ein Instinkt-Typ. Auch eine gute Wahl, glaube ich, Marcos Alvarez dann auf die Zehen zu ziehen. Denn er ist einer, der super nach außen und auch nach vorne füttern kann, den Ball halten kann und dann sehen kann, wohin kann er spielen. Mit einem Dima Nasarov haben wir natürlich einen, der auf der Zehen extrem gut auch ist und jetzt aber leider ein bisschen angeschlagen ist. Deswegen ist er noch nicht mit dabei, aber natürlich auch eine Option dann für die weitere Saison. Alles Gute natürlich an Dima Nasarov und all unsere Verletzten, die noch ein bisschen brauchen. Wir sehen es hier im Spielertunnel, es geht gleich los. Deswegen müssen wir nochmal ganz schnell auf die Totale schalten, damit wir auch unsere Gäste aus Stuttgart uns anschauen können. Wir erwarten die auch im 4-2-3-1-System. Mit Felix Dornebusch um Tor, dann eine 4er-Kette aus Kammerbauer, Kolbe, Polauke und Schmitz. Doppel-6-Blank, Kiefer links außen Tikerci, rechts außen Riele, Zehner, Dickelhuber und vorne im Sturm Niklas Antlitz. Und jetzt laufen sie ein, die Mannschaften. Der UFC, angeführt von Rossmann. Der Stuttgarter Diener und Kinders Antlitz. Also, wir sind hier ein bisschen sprachlos und baff, weil wie geil sieht die Waldemar Kleintribüne aus. Marius, mein Lieber, sensationell, oder? Überragend, ein Einstand nach Maas. Block 2 feuert hier mal richtig ab, beziehungsweise, ja, feiert nicht ab, sondern macht eine unfassbar geile Choreo in Rot-Weiß. Kickers Offenbach steht da, viele, viele kleine Fahnen. Und das stimmt die Mannschaft hier mal ordentlich ein. Für diesen Eröffnungskracher gegen die Stuttgarter Kickers, ich freue mich unfassbar auf dieses Spiel. Und das Stadion füllt sich immer noch. Da sind immer noch ein paar Schlangen draußen zu sehen. Ich schätze mal, dass es echt knapp 10.000, wenn nicht sogar drüber. Bin sehr gespannt auf die Zahl. Ja, geile Choreo, geiler Rahmen. Auch die wahrscheinlich knapp 1000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter, die den Weg hier nach Offenbach gefunden haben. Und den Auswärtsblock da auch richtig geil füllen und für eine richtig geile Gesamtkulisse sorgen werden. Welche, die aus Stuttgart zu Gast sind, werden dann übrigens auch gleich, so ab Minute 5, kurz bei uns zu Gast sein. Die Stuttgarter Kickers haben auch ein Fanradio. Und da haben wir gesagt, im Sinne der Völkerverständigung schicken wir mich dann mal ganz kurz rüber in den Stream. Und den Jörg von den Stuttgarter Kickers vom Fanradio ganz kurz zu euch, dass wir ganz kurz auch miteinander ins Gespräch kommen. Ja, hier seht ihr also die Jungs von Trainer Christian Neidhardt, wie sie sich nochmal einschwören. Marius, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es ganz schön die Pumpe, einfach weil ich so sehr Bock habe auf dieses Spiel. Ja, ich bin extrem aufgeregt. Also wir arbeiten hier seit Wochen darauf hin, dass dieses Eröffnungsspiel endlich startet. Und jetzt ist es wirklich in wenigen Sekunden soweit. Mein Herz springt mir aus der Brust. Ich habe einfach Bock auf die Saison. Ich habe Bock auf diese Mannschaft und bin so gespannt, wie sie hier gleich auftreten werden. Ich bin so gespannt, wie wir es gerne haben. In Rot-Weinrot-Rot, unsere Mannen vom UFC gegen die ganz im Blau spielenden Stuttgarter Kickers. Der UFC zuerst von rechts nach links spielen, also erstmal in Richtung Stadt. Und in der zweiten Halbzeit dann in Richtung Biber, so wie wir es gern haben. Und das Stadion ist laut. Gleich geht es los, der UFC auch mit dem ersten Anstoß. Die Partie übrigens heute geleitet von einem Bundesliga-Schiedsrichter von Timo Gerach, der gleich zum ersten Mal zu hören ist. Vielen Dank hier, dass ihr das jetzt eingefangen habt. Ja, des Schiris, das ist es. Ihr werdet im Laufe des Tages auch noch ein paar Mal davon hören. Denn die gehören unfassbar dazu zum Fußball. Und nur durch Schiris kann ein Spiel überhaupt stattfinden. Und der pfeift das jetzt an. Marcos Alvarez zurück zu Jopek, der wieder zu Alvarez. Und der direkt weit nach vorne wird zum ersten Mal gefällt. Und das gibt den ersten Freischuss für den UFC nach gerade mal zehn gespielten Sekunden. Wir wussten, dass Alvarez in dieser Saison wahrscheinlich viel auf die Socken kriegen würde, dass es nach zehn Sekunden schon das erste Mal soweit ist. Da waren wir dann doch etwas überrascht. Der erste offizielle Foul also in dieser Regionalligasaison. Kurz ausgeführt dieser Freistoß von Björn Jopek. Wir sagen auch mal Hallo an alle Radio-Zuhörer. Für euch also den Hinweis, dass wir im Radio-Modus kommentieren werden. Wir sind also die ganze Zeit zu hören und sagen Hallo an jeden. Europäisch leitet den Ball weiter. Zweiter Ball bei Alvarez. Aber Stuttgarter Kickers nehmen ihn erstmal auf, legen zurück zum Torhüter. Und der weit auf die linke Seite nach vorne. Den hat er nicht mehr. Ball geht ins Seitenhaus. Ball gewinnt. OFC. Vincent Moreno. Und das Stadion wird zum ersten Mal laut. Denn das Pressing hat sich zum ersten Mal ausgezahlt. Bombenstimmung auf dem Biberer Berg. Sau, sau, geil. Wir sind gespannt, wie viel es am Ende werden. Ich denke mal knapp 9000 irgendwo so in die Richtung. Ich lasse mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Und wir knacken vielleicht sogar die 10. Aber das ist jetzt natürlich nicht ganz seriös vorherzusagen. Sehr, sehr voll ist der Biberer Berg in jedem Fall. Da sehen wir ihn. Den Youngster, der sich da belohnt hat für eine starke Vorbereitung. Gerade rechts aus dem Bild rauslaufen. Jan Urbich. Jetzt also belohnt mit dem Startelf-Einsatz. Im ersten Pflichtspiel der Saison 23-24. Der UFC kommt über die rechte Außenbahn. Feigenspahn. Ja, moniert da so ein bisschen. Protestiert da so ein bisschen. Hat er eigentlich einen Einwurf für sich gesehen. Allerdings die Stuttgarter haben den dann zugesprochen bekommen. Die Stuckis. Und da haben wir jetzt einen Einwurf. Ihr seht vielleicht auch im Bild. Einen großen Gegner, den unsere Kameraleute heute Abend haben werden. Das ist die LED-Bande. So geil das natürlich ist, um die Partner und Sponsoren von Kickers Offenbach zu präsentieren. Für unsere Kamera beim Flutlicht bedeutet das ein bisschen Dunkelheit bzw. Bildunterschiede. Stellt euch da schon mal drauf ein. Wir versuchen natürlich bestmöglich damit umzugehen. Stuttgart presst tatsächlich jetzt mal hoch. Aber der UFC bleibt da im Besitz des Spielgerätes. Und kann jetzt von rechts nach links über die linke Außenbahn aufbauen. Aber Archesen mit dem Fehlpass. Ronny Marcos. Ja. Zieht da sehr clever. Eine Art taktisches Foul. Aber es war so harmlos das Foul, dass er da ohne gelbe Karte davon kommt. Deswegen würde es in Anführungszeichen nur einen Freistoß von der halbrechten Bahn geben. Aber eine gefährliche Freistoßflanke erwarten wir da allemal. Das ist der Mann mit der Nummer 9, Sinan Tekerci. Den Kollegen vom Stuttgarter Fanradio, wo ja gleich auch einer bei uns zu Gast sein wird, haben wir so ein bisschen vorm Spiel gesprochen. Der hat gesagt, ja der Sinan Tekerci, ja meine Güte, der zeigt wirklich an, dass der höher gespielt hat. Das sieht man in ganz ganz vielen Aktionen. Das ist wirklich derjenige, der bei uns das Offensivspiel vorne so richtig in die Hände nimmt. Und ja, vor dem sollten wir alle mal gewarnt sein. Genauso vor Niklas Antlitz, da haben sie auch gesagt in der Vorbereitung. Der hat richtig gut getroffen und gescored. Also Antlitz, Tekerci, das sind so... Tickelhuber weiß auch, wo das Tor steht. Also so drei Jungs, die wirklich Tore schießen können. Tekerci jetzt beim Freistoß von der rechten Seite. Erstes Mal aufpassen hier, defensiv für den OFC. Flanke kommt rein, kommt länger und länger auf den ersten, zweiten Pfosten besser gesagt. Und da ist Breitenbach mit dem Kopf dazwischen. Klärt zunächst mal zur Ecke. Erste Ecke in diesem Spiel geht also an die Stuttgarter Kickers. Dann möchte ich jetzt noch jemanden grüßen, der vorhin uns seinen Unterstützerbeitrag in die Hände gedrückt hat. Tatsächlich in einem Umschlag. Vielen lieben Dank und seine Grüße auch loswerden. Die Vogelsberger, Kinzigtaler und Spessart-Fans grüßt er und sagt alles Gute zum 70. Geburtstag vom Adi. Wollen wir hiermit ausrichten und uns noch mal ganz herzlich bedanken für deinen Unterstützerbeitrag, den du uns gerade eben in die Hände gedrückt hast. Vielen lieben Dank. Du machst es möglich, dass wir euch hier im Radiostream das Ding präsentieren können. Ecke kommt reingeflogen auf den ersten Pfosten. Ronny Marcos, der erstmal rausköpft. Und Marcos Alvarez wollte den zweiten Ball einsammeln, aber Tekerci holt sich die Kugel da zuerst. Feuert das Ding auch erstmals Richtung Tor von Johannes Brinkis, wird aber geblockt. Und Stuttgart versucht neu aufzubauen, der OFC hat aber was dagegen. Ja, und Obig versucht es direkt mal mit der Hacke, kommt aber nicht dran. Und deswegen ist Stuttgart da schon wieder im Ball besetzt mit Dickelhuber über die rechte Seite. In die Mitte gespielt, kriegt Dampf von Jason Breitenbach. Und Stuttgarter Kicker ist mit einem Chipball jetzt in Richtung Antlitz, aber guter Bodycheck da von Christian Acht. Jason, Ball landet im Endeffekt im Seitenhaus und es gibt den Einwurf für den OFC. Und zum ersten Mal, er klingt hier im Stadion, das steht auf, wenn ihr Kicker seid. Und alle Tribünen erheben sich hier von ihren Sitzen. Traumhaftes Bild. Endlich wieder Feeling auf dem Biberberg. Wir hören mal rein. Fehlpass von Cerno Staude da in der Spielverlagerung. Das können die Stuttgarter einsammeln und jetzt ihrerseits schnell umschalten. Im Zentrum jetzt rechts rausgespielt. Dickelhuber war da, aber Ronny Marcos hat gut aufgepasst. Und Marcos Alvarez, ja, der kriegt dann nicht den Freistoß zugesprochen. Hatte ja da eigentlich drauf gehofft. Und so die Stuttgarter und Rossmann. Ja, für mich war das eigentlich schon ein Handspiel. Aber Schiedsrichter Timo Gerrach hat es besser gesehen. Und jetzt erstmals Urbich auf der rechten Außenbahn geschickt. Der hat ja enormes Tempo. Urbich rechts draußen. Jetzt immer eins gegen eins. Auf der rechten Außenbahn versucht er in Flankenposition zu kommen. Tritt da erstmal auf den Ball. Versucht da vorbeizugehen. Und kriegt dann zumindest den Einwurf auf der rechten Außenbahn zugesprochen. Und das wird dann Vincent Moreno übernehmen. Die erste Aktion des Jungspuns da vorne im Sturm. Ihr habt ja in der Saisonvorbereitung so ein bisschen rausgehört. Ich habe einen Narren gefressen an dem Jungen. Deswegen habe ich mich natürlich wie Bolle gefreut, als ich gerade eben gesehen habe. Der steht in der Startelf. Ich bin sehr gespannt, was er heute noch zeigen wird auf dem Platz. Erstmal hier der Einwurf für den UFC. Vincent Moreno, unser Rechtsverteidiger, wird den natürlich ausführen. Schaut und findet. Marcos Alvarez mit dem Rücken zum Tor. Schon im Strafraum. Legt dann durch auf Moreno. Mit der Reingabe durch die Beine eines Gegners. Aber zu kurz. Hier wird dann erstmal geklärt. Und Jopek geht hinterher und klärt über die Seitenlinie ins Aus. Es gibt den Einwurf für Stuttgart. Also für die Stuttgarter Kicker. Das Ganze noch in ihrer eigenen Hälfte. Etwa für des Mittelkreises. Aber ja, das ist auch ganz wichtig, dass jeder für jeden kämpft. Dass die Kabine stimmt. Und dass jeder einfach auf dem Platz alles gibt. Auch Christian Neidert hat es in unserem Video vor dem Spiel gesagt. Er kann das gar nicht ab, wenn er nicht sieht, dass alle 100 Prozent geben. Und das will er heute also auch sehen. Hoher, hoher Ball von Maximilian Rossmann. Landet dann im Endeffekt genau an der Stelle, an der die Stuttgarter Kickers eben schon eingeworfen haben. Jetzt also. Bekommen sie hier den Einwurf. Weiter erstmal in die Spitze geworfen. UFC mit dem Kopf dazwischen. Maximilian Rossmann. Und dann wird es erstmal den Einwurf geben für den UFC. Und das wird Vincent Moreno übernehmen. Ins Zentrum reingespielt zu Jason Breitenbach. Und der erstmal zurück zu Christian Archesen. Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Die Heimkulisse ist da. Und das, was wir aber eben selten haben in dieser Liga. Und uns natürlich umso mehr freuen, wenn das auch da ist. Die Kulisse der Auswärtsfans. Auch die ist da. Die Stuttgarter Kickers. Im Vorfeld war von 900 verkauften Tickets ungefähr die Rede. Marius, hast du da präzisere Zahlen? Kannst du uns sagen, wie viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter heute ihren Verein begleiten werden? Ja, kann es nicht genau sagen. Ich schätze mal, knapp über 1000 könnten es schon sein. Der Block ist sehr, sehr voll. Falscher Einwurf jetzt gerade hier von den Stuttgartern. Ausgeführt von Schmitz. Das heißt, der UFC wirft ein. Auf der linken Seite. Ronny Marcos. Der erstmal nach vorne blickt und sieht, dass er Urbich anspielen kann. Schirmt den Gegner ab mit dem Rücken zum Tor. Zurück zu Marcos. Der mit Kern und Staude im 1 gegen 1. Kommt da vorbei. Immer noch Staude. Weitergelegt zu Ronny Marcos an der Grundlinie. Mit der Flanke. Kommt auf den zweiten Pfosten. Schade. Da hätte Mike Falkenspahn gelauert. Aber da war noch ein Stuttgarter Kopf dazwischen. Der UFC nimmt den zweiten Ball auf. Mit Maximilian Rossmann. Rechts raus zu Vincent Moreno. Und dann geht erstmal Gantt nach hinten. Zu Christian Achtschesen. Der UFC bleibt vorne drin. Breitenbach. Wieder zurück zu Christian Achtschesen. Geht ein paar Meter voran. Immer noch Achtschesen. Sieht dann Ronny Marcos. Der in die Spitze läuft. Schöner Pass in die Spitze. Ronny Marcos wird dann weggecheckt. Und das ist nix für den Schiedsrichter. Sagt er. Naja. Also er wird da ganz schön abgeräumt von Schmitz. Geht dann Shake Hands. Die beiden grinsen sich an. Also. Ja. Knackiger Zweikampf. Können wir nochmal ins Replay reinschauen. Also. Da rauschen sie aneinander. Boah. Da geht er schon mit der Schulter voran rein. Mit dem Videobeweis würde vielleicht auch Timo Gerach sagen, dass man das pfeifen kann. Aber gut. War jetzt glaube ich nicht spielentscheidend. Und ja. Die ersten zehn Minuten sind gleich rum. Ich glaube wir sehen schon, dass beide Mannschaften sehr gewillt sind. Vielleicht so ein bisschen auch. Jetzt mal abtasten. So ein bisschen gucken. Was geht bei beiden. Und so ein bisschen jetzt erstmal reinkommen wollen in diese Saison. Urbich hatte da jetzt nach einem langen Ball gelauert auf einen Abwehrfehler der Stuttgarter. Denen gefallen tut ihm der Mann mit der Nummer 18. Niklas Kolbe allerdings nicht. Kolbe 26 Jahre alt. 1,96 groß. Richtig schlachsiger Typ. Jetzt gerade auch am Ball. Und trabt da Richtung Spielaufbau. Alvarez erbarmt sich dann und läuft an. Und Kolbe mit dem Ball rechts raus. Aber der UFC erstmal dazwischen durch Ronny Marcos. Und dann ist der zweite Ball bei Breitenbach, der ihn erstmal nach vorne klärt Richtung Alvarez. Alvarez mit dem Knie angenommen. Und dann lässt er nochmal Kolbe über die Klinge springen. Das war so das langsamste Foul, das ich je gesehen habe glaube ich gerade. Also stellt das Bein raus und Kolbe fällt dann auch drüber. Klar ist ein Freistoß. Und den gibt es jetzt hier für die Stuttgarter Kickers. Etwa 10 bis 15 Meter in der eigenen Hälfte zurückgespielt zum Torhüter. Felix Tornebusch ist das, der wieder abgeht. So mal mit der Nummer 25 Paul Polauke. So lassen die Stuttgarter Kickers den Ball erstmal in den eigenen Reihen laufen. Über die linke Seite dann und zurück in die Innenverteidigung. Zu Kolbe der wieder zu Polauke. Der UFC läuft jetzt an mit Staude auf der linken Seite. Aber der Pass in die Spitze von den Stuttgarter Kickers kommt an. Und die Hereingabe in Richtung 16er landet auf dem Kopf von Rossmann. Der findet dann Björn Jopek und der Mike Feigenspahn. Der hat die Idee es schnell zu machen und Marcos Alvarez auf die Reise zu schicken. Aber der Ball dann im Endeffekt doch zu ungenau. Der UFC aber wieder im Ball besitzt, weil die Stuttgarter Kickers den Ball auf der linken Seite ins Ausgrätschen. So ist es, Vincent Moreno jetzt mit dem Einwurf. Vielleicht nochmal auch der kleine Hinweis, falls es den einen oder anderen Stuttgarter, die Stuttgarterinnen gibt, die jetzt von zu Hause aus uns im Stream zuhören. Dann erstmal gute nach Stuttgart und wie immer der wichtige Hinweis, der Marius und ich, wir sind auch Fans von Kickers Offenbach. Das heißt, das könnte durchscheinen in der Reportage. Jetzt kommt der UFC, nämlich mit der Flanke hinein auf den zweiten Pfosten. Stauders mit Kopf da! Kommt da auch ran, aber nicht mehr kontrolliert und so rauscht der Ball doch einige Meter am Tor von Felix Dornebusch. Vorbei dem erfahrenen Schlussmann der Stuttgarter. Trotzdem, da schauen wir natürlich gerne nochmal rein bzw. oder auch nicht. Aber, gut. Trotzdem, wir können es uns mal verzeichnen als erste Torannäherung vom UFC. Über die rechte Außenbahn ging das da ein Feigenspann, der sich da gut durchgesetzt hatte. Und dann die Flanke in den Strafraum hinein. Staude, der dann zwar noch dran kommt, aber eben nicht mehr kontrolliert. Und Ronny Markus, jetzt gerade nochmal unten bei Christian Neidhardt. Und Neidhardt, der wird nochmal ein paar taktische Feinjustierungen mit auf den Weg geben und sagen, Ronny, wenn du dich noch zwei Zentimeter weiter in die Richtung stellst, dann klappt's. Oder was auch immer. Ich meine, ich habe herzlich wenig Ahnung davon. Da weiß ich, da rätsel ich immer drüber, was Trainer während dem Spiel ihren Spielern noch so mit auf den Weg geben. Genau das wird es gewesen sein, Kasper. Hast du richtig erkannt. Wir schauen mal jetzt. Beim Einwurf, Urbig gefunden. Der lässt den Ball ein bisschen zu weit abtropfen. Aber Jopek setzt gut nach, grätscht dann den Ball ins Aus. Gebt den Einwurf für die Stuttgarter Kickers. Die Kickers, mit dem Ballgewinn, mit Max Rossmann, der jetzt einmal durchs Mittelfeld spaziert. Und immer weiter spaziert. Und dann Marcos Alvarez findet, der mit dem Chip-Ball in Richtung Keanu Staude. Im Laufduell jetzt mit dem Kapitän, mit Dickelhuber. Sich mal ganz tief fallen lassen. Oh, der spielt zurück zum Torhüter. Riskanter Ball. Aber das geht dann doch gut aus Stuttgarter Kickers Sicht. Christian Nachtschesen mit dem Kopfball. Marcos mit der Verlängerung. Staude, der nachsetzt. Na ja. Eingefädelt von Schmitz bei diesem Einsatz von Staude. Gibt den Freistoß für die Stuttgarter Kickers. Das Ganze noch in ihrer eigenen Hälfte. Wir schauen gerade noch mal rein. Hier nach dem Kopfball von Christian Nachtschesen kommt auch Ronny Marcos noch mal dran. Und dann, ja. Raus, Keanu Staude da hinten so ein bisschen in die Parade. Ist okay. Den Freistoß kann man geben. Antlitz. Schwierigkeiten, den Ball zu verarbeiten. Ball landet im Seitenhaus. Und es gibt den Einwurf für den UFC. Ronny Marcos. Auf der Suche nach einem Abnehmer. Immer noch Marcos. Jetzt findet er ihn in Jason Breitenbach. Zurückgelegt zu Ronny Marcos. Der dann wieder zu Christian Nachtschesen. Ball nach vorne auf Marcos Alvarez. Leitet direkt weiter. Ja. Und Jopek. Auf dem Boden lässt er da Kolbe über die Klinge springen. Und es gibt den Freistoß. Ist okay für die Stuttgarter Kickers. Gibt ein kleines Gespräch nochmal mit dem Schiedsrichter. Oh, ein kleines Grinsen. Alles gut. Und jetzt sehen wir es nochmal. Das habe ich auch schon ein paar Mal so rausgehört. Auch bei Spielern. Dass ganz viel auch in der Qualität von Schiedsrichtern auch darin behaftet ist, wie sie die Kommunikation auf dem Platz gestalten. Also sie müssen nicht immer alles komplett richtig entscheiden. Aber wie sie dann kommunizieren, wie sie dann mit den Spielern umgehen, ist eben auch immer wieder entscheidend. Und das hört man ja dann auch mal. Wenn ja wirklich Bundesliga-Schiedsrichter auch mal verkabelt sind, dass du ja siehst, da ist in der Kommunikation ganz viel richtig, richtig stark. Richtig stark war auch, wie der UFC gerade eben den Ball gesichert hat. Der jetzt erstmal durch die eigenen Reihen laufen lässt. Vielleicht war auch die Ansage von Christian Neidert, das Spiel erst nochmal ein bisschen zu beruhigen. Vielleicht ein bisschen mehr Ballkontrolle reinzubringen. Aber gegen Beruhigend hat Björn Jopek was. Der ist jetzt auf der linken Seite durchgebrochen. Auf der linken Außenbahn. Flanke sollte reinkommen. Bleibt am ersten Stuttgarter hängen. Aber Urbich schnappt sich einfach die Kugel mitten im Strafraum. Legt ab für Alvarez. Alvarez mit dem Drehschuss. Und die zweite Welle über Breitenbach und jetzt rechts raus auf Vincent Moreno läuft. Feigenspann. Rechte Außenbahn. Erstmal gestellt. Dann wollte er Richtung Grundlinie seinen Rechtsverteidiger Vincent Moreno schicken. Hat aber nicht ganz geklappt. Ja und Christian Neidert fordert mit seiner Geste etwas Ruhe am Ball. Das sah schon gut aus gerade diese Idee. Aber hätte vielleicht noch mal hinten rumspielen können und dann den Angriff neu aufzuziehen. Weiter geht's hier mit einem Abstoß für die Stuttgarter Kickers. Davor erster Abschlussversuch von Marcos Alvarez aus der Drehung einfach mal draufzulatzen. Auch das können wir von ihm erwarten. Dass er wirklich aus fast jeder Position einfach mal drauf schießen wird. Ja, Maximilian Rossmann findet Feigenspann auf der rechten Seite im Duell mit Tekerci. Die beiden Neuner gegeneinander. Gutes Duell. Und Feigenspann der Gewinner. Urbich nimmt dann die Kugel auf. Gibt ab auf Björn Jopek. Der mit dem Auge auf der linken Seite für Keanu Stauder. Toller Ball. Aber die Absetzfahne geht hoch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich nicht so gesehen. Du? Nein. Es ist aber halt schwieriger einem Bundesliga-Schiedsrichter zu widersprechen als sonst. Also. Ne, aber gut. Haben wir jetzt persönlich nicht gesehen. Wir haben natürlich auch die rot-weiße Brille auf. Genauso wie diejenigen, die da im Auswärtsblock stehen. Oder diejenigen aus Stuttgart, die uns zuschauen, wenn es da welche gibt. Die da die blau-weiße Brille aufhaben. Und die blau-weißen sind es jetzt auch. Die das Spielgerät kontrollieren. Über die eigene Defensive. Über Linksverteidiger David Kammerbauer. Und dann geht es zurück. Auf Niklas Kolbe. Und dann wird es rüber gehen. Auf Paul Polauke. Jüngerer Kerl in der Innenverteidigung. Innenverteidigung generell. Großgewachsen 1,96 und 1,89. Aber wir wissen ja, der Jan Urbich, der hat Sprungfedern in den Füßen. Der hat eine richtig dolle Sprungkraft. Also da kannst du großgewachsen sein, wie du willst. Der wird trotzdem zu seinen Kopfballchancen kommen. Sind wir mal gespannt. Stuttgart wirklich sehr intensiv reingekommen in diese Partie. Man merkt ihn natürlich total an. Die sind euphorisiert. Die haben megamäßig Bock auf diese Liga. Die freuen sich zurück zu sein. Und das war ja auch im Vorfeld schon Thema. Das ist eine gewachsene Mannschaft. Das ist eine zusammengewachsene Mannschaft. Die jetzt mit Viert- und Drittliganiveau teilweise sogar ja ergänzt wurde. Mit der erste lange Ball in die Spitze von Stuttgart Richtung Niklas Antlitz. Das ist der zweitbeste Torschütze der Regionalliga Südwest vergangene Saison gewesen. 14 Tore hat er gemacht vergangene Saison. Und da merkt man auch, das ist kein ganz gewöhnlicher Aufsteiger, die Stuttgarter Kickers. Nichtsdestotrotz. Klar, das war auch im Vorfeld rauszuhören. Der OFC, der möchte hier unbedingt die drei Punkte am Berg behalten. Und arbeitet da dran. Jetzt mit Christian Archesen, der mal ein bisschen antribbelt. Spieleröffnung Richtung Alvarez. Schön. Toller Außenriss. Pass auf die linke Außenbahn zu Ronny Marcos. Der den Ball im vollen Lauf mit dem Kopf mitnimmt. Dann aber erstmal gestellt wird. Toll. Jetzt versucht sich der linke Außenbahn nochmal durchzusetzen. Macht er auch. Geht Richtung Grinli. Und hier Ronny Marcos wird er nochmal abgedrängt. Und das hat er dann gut verteidigt. Aber Ronny Marcos, der fightet. Holt die Kugel für Keanu Staude zurück. Staude. Jetzt Richtung Strafraum. Wird er an der Strafraumkante abgegritscht. Breitenbach. Noch mal in den Strafraum reingespielt. Jetzt gibt es den Freistoß. Stark vom Schiedsrichter gesehen. Erst den Vorteil laufen lassen und dann den Freistoß gepfiffen. Da habe ich mich sofort entspannt, weil ich gesehen habe, der Timo Gerrach, der hat das gesehen, dass das ein Foul war. Und der hat die Ruhe an der Pfeife, so wie wir das mögen. Wir schauen nochmal rein hier. Schöne Aktion auch von Ronny Marcos, der nachsetzt. Dann Keanu Staude findet und der wird abgegrätscht. Und das Ganze genau an der Grenze zum Strafraum. Oh, Alvarez. Oh, Alvarez. Schweiß den ein, Junge. Also, wir haben in den Testspielen gesehen. Der Marcos Alvarez. Das mit dem runenden Ball. Das hat er eventuell ein klein bisschen drauf. Und jetzt sind wir mal ganz gespannt. Timo Gerrach sagt auch nochmal Kratz, Junge. Junge, ich pfeif gleich und du machst den dann. Und der Marcos hat gesagt, das brauchst du mir nett sagen, Junge. Das Ding, das landet gleich rechts oben im Knick. Und der Herr Dornebusch in grün, der darf da hinterher schauen. Rechts oben. Du sagst links oben. Ich sag, er geht aufs kurze Eck. Wir schauen mal. Also links oben. Oder eine Freistoßflanke mit schnellem Reinlaufen. Aber ich weiß nicht. Ich glaub, den lässt er sich nicht nehmen als direkt Versuch. Zwei Hüden jetzt in der Mauer. Niklas Antlitz und Kolbe. So, wir schauen jetzt mal drauf. Es gibt noch ein paar. Absprachen. Alvarez. Flanke auf den langen Pfosten. Maxi Rossmann nochmal reingebracht. Und dann Mike Feigenspahn. Schöne Version dieser Freistoß. Ist er doch nicht direkt drauf gegangen. Sondern hat Maximian Rossmann da gesucht am zweiten Pfosten. Hier sehen wir es gleich nochmal. Also auch das mit sehr viel Schnitt und Schmackes reingebracht. Dieser Freistoß. Max Rossmann kam dann noch drauf. Und Feigenspahn, der sich auch gegen Nickelhuber im Kopfballduell durchsetzen kann. Allerdings das Gerät nicht mehr auf das Tor kriegt. Achtung jetzt. Die Schuttgatter Kickers. Abseits verdächtig. Aber er geht erstmal weiter. Verteilen den Ball auf die linke Seite. Flanke auf den langen Pfosten. Geht auf Antlitz. Er nimmt die Kugel runter. Legt dann ab. Auf der rechten Seite jetzt die Schuttgatter Kickers. Nochmal in die Strafraumgrenze gelegt. Dickelhuber mit dem Ab. Schluss. Und da muss Brinkis zum ersten Mal richtig ran. Verkehr da auch vor ihm. Deswegen sieht er den Ball gar nicht so früh. Taucht dann ab und holt den aus der langen Ecke raus. Hier sehen wir es nochmal. Gut gespielt von den Schuttgatter Kickers. Abgelegt dann auf Dickelhuber. Und der mit einem sehr platzierten Schuss. Tekiaci. Fast noch dran gekommen. Und dann ist aber Brinkis da. Und kann erstmal abwehren. Eckball jetzt für die Stuttgarter Kickers. Eckball Nummer zwei für sie. Rechte Hand geht hoch von Tekiaci in Richtung Elfmeter. Punkt an der Abschluss. Und Niklas Antlitz kommt da zum Kopfball. Gute Chance für die Stuttgarter Kickers. Jene 21. Minute durch Antlitz per Kopf. Allerdings rechts vorbei. Ja, das waren doch jetzt zwei Momente, wo wir ein bisschen durchpusten müssen. Zwei gute Chancen für die Stuttgarter Kickers. Für die Gäste im Blau-Weiß spielend. Also wir haben es ja schon gesagt. Kein normaler Aufsteiger. Das ist eine Mannschaft, wo ja auch einige Trainer im Vorfeld gesagt haben. Den traut man durchaus auch zu. So ein bisschen als Überraschungsmannschaft groß auftrumpfen zu kommen. Und kommen jetzt auf die rechte Außenbahn. Mit Dickelhuber. Mit Kevin Dickelhuber ins Zentrum reingezogen. Und da gibt es keinen Freistoß. Weil Jopek da dazwischen war und fair dazwischen war anscheinend. Archesen holt dann den Einwurf raus. In tiefer, tiefer Linksverteidiger-Position. Noch innerhalb des eigenen Strafraums auf der Außendinie. Sozusagen auf Höhe des eigenen Strafraums. Wird Ronny Marcos den Ball gleich nach vorne werfen wahrscheinlich. Ja. Und wir merken, es ist das Spiel, was wir alle erwartet haben. Intensiv. Leidenschaftlich. Neidert hat ja auch im Vorfeld davon gesprochen, dass er ein Spiel auf Augenhöhe erwartet. Ich denke, das kann man so sagen. Der OFC hatte seine Tornäherungen und seine ersten Chancen. Stuttgart hatte seine ersten Tornäherungen und Chancen. Und das ist hier keinesfalls so, dass eine Mannschaft großartig Feld überlegen wäre. Aber sind wir natürlich gespannt, ob die Jungs in Rot-Weinrot das vielleicht noch so drehen können. Breitenbach. Jetzt Ballverlust im Spielaufbau. Fragezeichen. Ja, nein. Er geht da dazwischen gegen Sinan Tekerci. Und ja, der Jason Breitenbach, er hätte sich gewünscht, dass sein dazwischen gehen dann nicht als Foul gewertet werden würde. Allerdings, wir sehen hier den Ballverlust und dann versucht er eben die Kugel zurückzuholen. Und da stolpert der Tekerci so ein bisschen über das Bein von Breitenbach. Es ist da schon absolut in Ordnung, auf Freistoß zu entscheiden. Und so kann Paul Lauke für die Blau-Weißen das Spiel neu aufbauen. Von links nach rechts spielen sie die Stuttgarter. Und der UFC, er läuft erstmal zögerlicher an. Ja, so Richtung Mittelfeldpressing das Ganze gerade. Aber jetzt fehlt Pass im Aufbauspiel. Falkenspann bekommt einen Fuß dazwischen, aber der UFC kann da kein Kapital draus schlagen. Weil Falkenspann den Ball eben nur prallen lassen konnte. Er konnte ihn nicht kontrolliert verwerten. Urwig war zwar hinterher gewetzt, aber das ist kein Problem für die Blau-Weißen Gäste. Jetzt erstmal ganz, ganz gemächlich das Spiel neu aufbauen. Jetzt vielleicht auch versuchen das Stadion so ein bisschen runter zu kochen. So ein bisschen die Hitzigkeit rauszunehmen. Dann ihren starken Offensivfußball aufzuziehen. Vergangenen Saison, haltet euch mal fest. Tordifferenz in der Oberliga. 108 zu 17. Offensiv wie defensiv. Absolut brachiale Statistik. Dickelhuber mit 26 Toren. Das ist schon wirklich ein verdienter Aufsteiger aus der Oberliga. Und der UFC bekommt zu spüren, dass das nicht von ungefähr kommt, dass diese Mannschaft zu Recht jetzt wieder Regionalliga-Fußball spielt. Und ich glaube wir alle haben uns auch gefreut, dass da jetzt wieder eine Mannschaft mit viel Stimmung, mit viel Fans, mit viel Tradition zurück in der Liga ist. Man sieht es im Auswärtsblock, der gut gefüllt ist. Und so bietet gemeinsam mit der wunderschönen, pickepackevollen Waldemar-Kleintribüne und den weiteren Tribünen dieses Spiel einen wunderbaren Rahmen für die Eröffnung der Regionalliga Südwest. Ich glaube im Vorfeld im Kicker war es zu lesen. Viel glanzvoller geht es kaum in dieser Liga. Dem schließen wir uns natürlich an. Das alles während so ein bisschen Geplinkel im Mittelfeld gerade herrscht. Und Stuttgart sich den Ball einwirft. Und jetzt versucht er nach vorne zu kommen. Moreno mit dem Kopf erstmal dazwischen. Staude. Ja, kann die Kugel erstmal aufnehmen. Wird dann gefoult im Mittelkreis. Gibt den Freistoß für den UFC. Auf der sechster Position noch in der eigenen Hälfte. Jason Breitenbach. Und dann geht es halb links zu Christian Archesen. Und der links raus auf Ronny Marcos. Ronny Marcos ins Zentrum auf Jason Breitenbach. Der da jetzt erstmal losmarschiert. Das kennen wir ja schon. Seine Alleingänge jetzt ins Zentrum im Rhein zu Jan Urbich. Der wird da gefoult. Und das ist die nächste wunderbare Freistoßsituation. Für wen wohl? Für unsere 10. Für Marcos Alvarez. Und diesmal etwas zentraler. Ich denke da wird er direkt drauf ziehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Knapp 20 Meter, vielleicht 19, 18 Meter vor dem Gehäuse. Jetzt nach einem tollen Solo von Jason Breitenbach, der dann in der Mitte Jan Urbich findet. Dem springt der Ball etwas weg. Setzt aber sehr gut hinterher. Hat er so gewollt. Hat er so gewollt, natürlich. Und dann holt er hier diesen Freistoß raus. Gleich drei stehen bereit. Björn Jopek, Staude und Alvarez. Jopek reiht sich jetzt da vorne ein. Und Alvarez wird den ausführen. Das ist ganz klar. Auch Staude hat schon in der Vorbereitung getroffen. Aber Alvarez hat es bewiesen. Gleich zweimal gegen Fortuna und gegen Schalke, dass er die reinzwirbeln kann. Und ich hoffe, das passiert jetzt auch hier vor dieser Kulisse. Angespanntes Schauen. Angespannte Ruhe hier von den Ringen. Marcos Alvarez steht bereit. 18 Meter halblinks. Fast zentrale Position zum Tor. Vier Mann Mauer. Daneben rechts noch zwei Kickerspieler in Rossmann und Björn Jopek. Und Alvarez als alleiniger. Drei Schritte vom Ball entfernt. Und jetzt schießt er den Freischuss aber in die Mauer. Nochmal Alvarez. Ah, und dann wird der Ball erstmal rausgeklärt. Und es gibt den ersten Eckball für den UFC. Schade, den bringt er nicht über die Mauer. Und landet in der Mauer. Und das hat ihm auch ganz schön wehgetan. Also der war nicht leicht geschossen, sondern ganz schön fest. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt gerade liegen geblieben ist. Ich glaube, Antlitz war das, der sich da natürlich als Großgewachsener in die Mauer stellen muss. Das hat den Ball dann Richtung Bauchgegend bekommen. Ja, hat ihm ein bisschen wehgetan. Und jetzt gibt's hier die erste Ecke für den UFC. Präsentiert von Pediprotect. Wie mag er mit dem Pinguin. Grüße gehen raus an Olaf Stiller und sein Team. Alvarez. Ecke auf Staude. Kurz ausgeführt. Nochmal abgelegt auf Alvarez. Und er versucht. Direkt. Ja, ja. Den wollte er, glaube ich, ganz schlitzohrig einfach mal aufs Tor versuchen. Warum nicht? Das haben wir lange nicht mehr gesehen. Dass einer einfach mal das macht, was ihm gerade in den Kopf kommt. Volles Risiko hat er den genommen, unser Zehner. Und da sagt man ja so schön Winkel oder Wolken. Es war hier eher Wolken. Wolken. In den Wolken war auch dieser Spielaufbau. Beziehungsweise in den Wolken war derjenige, der den Spielaufbau ausgelöst hat. Und der UFC mit dem hohen Ballgewinn. Staude jetzt am Strafraum mit. Alvarez. Und Alvarez kann die Kugel nicht behaupten. Schade. War eigentlich vielversprechend. Oh. Und Rossmann. Ja. Etwas unkonventionell. Brachial. Beim Umschaltversuch der Stuttgarter. Rotzt der das Ding in Seiten aus. Also gar keine Diskussion da. Bei unserem Capitano. Bei unserem Neu-Capitano. Maximilian Rossmann. Das war ja in der Saisonvorbereitung auch schon ersichtlich. Hat er ja oft die Kapitänsbrinde getragen. Und da haben wir es gerade gehört. Björn Jopek in diesem Zweikampf. Da hat er dem Gegner noch richtig einen hinterher geschrien. Aber keine Worte. Das war einfach so ein Kampfesschrei. Ja, Mann. Den habe ich dir geholt. Den Ball. Stark. Der ist Feuer und Flamme für dieses Spiel. Einwurf. Stuttgarter Kickers von der rechten Seite. Breitenbach. Verlängert. Und der Ball geht bis zum Torwart durch. Johannes Brinkis, der die Kugel dann aufnehmen kann. Denn Max Rossmann. Einer der da hinten Ruhe ausstrahlt. Der lässt ihn dann einfach durchgehen. Und Brinkis schnappt sich den Ball. Legt ihn jetzt auch ab. Und dann geht es mit dem Fuß weit in die Spitze in Richtung Jan Urbich. Der wird dann ein bisschen weggeräumt. Naja, von hinten gestoßen. Das kann man auch mal pfeifen, der Schiedsrichter. Aber er unterlässt das. Und es gibt Aufbau Stuttgarter Kickers. Aktiver wollen die Kickers jetzt pressen. Erstmal zurück zum Torhüter. Ja, die drei, die da vorne drauf gehen. Marcos Alvarez, Jan Urbich, Keanu Staude und jetzt auch Mike Feigenspahn. Denn dabei geht mehr über die linke Seite. Langer Ball jetzt auf der Stuttgarter linken Seite. Vincent Moreno geht natürlich mit rein. Kriegt jetzt auch den Ball und spielt ihn nach vorne. Zweiter Ball bei Jopek. Dreht sich einmal um sich selbst und verteilt dann sehr gut auf Christian Nachtschesen. Der nimmt die Kugel direkt und spielt weiter auf Ronny Marcos. Auf der linken Seite zurück nochmal zu Christian Nachtschesen. Und der OFC baut in Ruhe auf Johannes Brinkis in die Mitte zu Jason Breitenbach. Der wird getrippelt, muss zurückspielen zu Brinkis. Und der dann weit nach vorne in Richtung Urbich. Zweiter Ball beim OFC. Jason Breitenbach nimmt die Kugel auf und verteilt dann auf die linke Seite zu Ronny Marcos. Marcos zu Staude. Staude in die Mitte zu Jason Breitenbach. Gut, Vororte kehrt die Damenball gewesen. Erstmal zurück zu Marcos. Und dann Ballbesitzfußball. Zurück zu Christian Nachtschesen. Treibt die Kugel jetzt ein bisschen voran. Geht auf die Sechserposition. Und Jopek lässt sich fallen auf die Innenverteidigerposition. Und so geht der Ball. Erstmal wieder ganz zurück zu Johannes Brinkis. Auch mal eine gute Phase für den OFC. Hier den Ball etwas länger zu halten. Ruhe auszustrahlen. Weiter Ball jetzt in Richtung Urbich. Aber der wird gedoppelt und deswegen kommt er nicht durch. Kann also diese Kugel auch nicht runterpflücken. Im Endeffekt landet sie dann in den Armen von Felix Dornobusch. Der jetzt kurz abwirft. Stuttgarter Kickers im Ballbesitz. Und das kennen wir dann schon, dass der Spielaufbau dann eher gemächlicher läuft. Beide Mannschaften offensichtlich darauf bedacht, über tiefen eigenen Ballbesitz so ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht drum herum reden. Nach einer halben Stunde sehen wir auf beiden Seiten noch nicht so wahnsinnig viel Spielfluss. Ich denke, das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es hier in den ersten 30 Minuten einer neuen Saison noch nicht alles super rund läuft. Ich glaube, bei den Stuttgartern haben sie das sogar im Vorfeld thematisiert. Wobei ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher bin. Aber ich meine, da ging es auch darum, dass man eben auch erstmal reinkommen muss in so einen Spielfluss. Und das gilt natürlich sowohl, wenn du erstmal Klassenerhalt sichern willst, aber auch wenn du natürlich oben mitspielen willst. Du musst erstmal in der Saison ankommen, dich Stück für Stück einspielen. Und das versuchen eben gerade beide Mannschaften. Feigenspann, der jetzt mal den Keeper anläuft. Und Dornebusch haut das Ding dann auch weit nach vorne. Jopek, der das Kopfballduell verliert. Antlitz kann ablegen, aber Jopek versucht nochmal mit der Kretsche die Kugel sich zu angeln. Und die ganz lange Kreatche hat er da ausgefahren. Hat nicht ganz geklappt. Und so kommt Stuttgart über die Linke aus. Im Bahn jetzt in die Mitte reingezogen. Breitenbach, der sich da erstmal diesen Zweikampf reinhaut. Aber trotzdem kommen sie da durch Richtung Grundlinieflanke, Richtung zweiten Pfosten. Aber die rauscht an allen, allen vorbei. Ihr könnt ihr euch vorstellen, wie die Hereingabe von Marcos Alvarez vorhin. Die rauscht da Richtung zweiten Pfosten, ohne dass da irgendjemand ran hätte kommen können. Und so gibt es dann gleich einen Wurf für den OFC tief in der eigenen Hälfte. Das war der Mann mit der Nummer 3, David Kammerbauer. Kugel einmal ganz auf die andere Seite gejagt. Da wo jetzt Ronny Marcos steht an der Seitenlinie, den Ball in den Händen hält, um ihn jetzt gleich einzuwerfen. Da schaut er, wer bietet sich an noch? Niemand so recht. Also Jopek ist da mit dabei. Stauder bei Ronny Marcos. Ja, der wirft jetzt eher lang nach vorne Richtung Urbich. Der kriegt einen kleinen Schubser. Aber das pureindruckt den Jan Urbich so gar nicht. Kann den Kopfball super ablegen auf Ronny Marcos. Der wird dann gefault von Niklas Antlitz. Ja, das alles unter den Augen von Christian Hock, der viel zu tun hatte in der Sommerpause. Also neuer Trainer, viele neue Spieler geholt hat. Ja, auch bei vielen Transfers war zu spüren, da war eine richtig große Vorfreude. Hat richtig große Vorfreude entfacht. Hat es gemeinsam mit Christian Neidhardt und der Mannschaft geschafft, das Umfeld wieder so richtig anzuheizen. Und spätestens bei der Verkündung der Zuschauerzahl werden wir dann auch wissen, wie sich das dann numerisch ausdrückt. Über 8 werden es auf jeden Fall sein. Also 8.000 plus x. Und wie viele mehr als 8.000 es sind, werden wir dann irgendwann. So rund um die 70. Minute war es glaube ich in den letzten Jahren immer sehen. Christian Neidhardt noch ganz zufrieden, blickt da nicht rein. Seine Jungs arbeiten aber daran, dass sich seine Mine entspannt. Denn sie kommen, schöne Kombination über das Zentrum. Jetzt geht es rechts raus auf Vincent Moreno. So, Moreno rechte aus in Bahn Richtung Feigenspan schon am Strafraum. Der wollte mit der Hacke verlängern. Ist jetzt an der Grundlinie und holt da den Eckball raus. Super Körpereinsatz von Mike Feigenspan. Stark da gemacht. Und es wird einen Standard geben. Das hat der Christian Neidhardt auch in der Vorbereitung thematisiert. Auf einer seiner Pressekonferenzen. Dass es auch so sein muss, dass du Spiele über Standards entscheidest. Spiele in denen vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig viel geht. Bisher waren ja noch nicht so viele Torchancen da. Das heißt, die wissen schon das Trainerteam und die Mannschaft um die Wichtigkeit von Standardsituationen. Zweiter Eckball jetzt auch für den UFC. Auch der natürlich präsentiert von unserem starken Partner Pediprotect. Und da steht Marcos Alvarez mit rechts vorm Tor weg. Wird er die Kugel gleich hineintreten. Jetzt hebt er den Arm. Da kommt er reingeflogen Richtung ersten Pfosten. Stuttgart noch nicht ganz geklärt. Aber jetzt haben sie geklärt und können vielleicht sogar kontern. Aber Keanu Staude ist da dazwischen. Wird er wahrscheinlich die gelbe Karte sehen. Jawoll. Und ich denke, das hat auch seine Richtigkeit in der Entscheidung von Timo Gerrach. Denn die Stuttgarter hätten da hervorragend umschalten können. Da waren sie bereits gestartet und ausgeschwärmt. Also ja, auch wenn die gelbe Karte für Keanu Staude natürlich ärgerlich ist. Gut, dass er da dazwischen gegangen ist und da die Umschaltsituation verhindert hat. Ja, das klassische, klassische taktische Foulspiel gerade. Hier von Keanu Staude. Verhindert da gut das Umschaltspiel. War wichtig. Sieht gelb. Und es gibt den Freistoß für die Stuttgarter Kickers. Das Ganze tief in der eigenen Hälfte. Den wird der Torwart sogar ausführen, Dornobusch. Also gleich die Kugel weit nach vorne schlagen, wie es aussieht. Denn Allemann jetzt in der UFC-Hälfte. So, jetzt kommt der lange Ball. Bis auf die Kerci, auf die Brust. Aber Christian Achtschesen kann dann erstmal den Ball behaupten. Blickt nach vorne. Und der abgefälschte Ball landet im Endeffekt bei Keanu Staude. Ja, der sich einmal dreht. Jopek findet. Der zu Ronny Marcos. Und der wieder zurück zu Achtschesen. Ja, die Stuttgarter Kickers, die drücken ganz gut. Der UFC macht das aber bisher gut. Regelt das im Aufbau. Und zu zweit gehen sie da beim Jopek hinterher. Gut, dass er diesen Ball wirklich auch... Behaupten kann. Und dann zu Boden geht bei diesem Foul. Gibt den Freistoß für den UFC. Aber da waren die blauen Schwadronen, die da ausgefahren sind. Zum Pressing. Freistoß jetzt UFC. Christian Achtschesen. Kommen die Schwadronen vom Schwadronieren? Achso. Achso. Hoi, 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 hoi. Wir sind schon wieder gut in Form. Ein langer Ball von Brinkis Richtung Urbich. Der kommt da mit dem Kopf leider nicht ganz ran. Hat da den Kürzeren gezogen gegen Niklas Kolbe. Aber tolle Krätsche von Urbich. Aber leider genauso tolle Krätsche von Kammerbauer. Aber das war dann anscheinend nicht nach dem Geschmack von Timo Gerrach. Und so gibt es dann Freistoß für den UFC. Also wirklich ganz, ganz stark gemacht von Urbich. Der sich da super reinpackt. Hier in die Rückwärtsarbeit geht. Tolle Krätsche. Also im Stile eines Verteidigers. Richtig, richtig stark da von ihm. Und so den Freistoß für den UFC rausgeholt. Ja, wir haben es gerade eben schon gesehen. Etwas, was die Kollegen vom Stuttgarter Fanradio uns angekündigt haben. Sinan Tekerci. Das ist so der Spieler, der das Pressing dann immer so initiiert. Das ist so der erste Spieler, der ins Pressing reingeht. Haben wir gerade eben auch schon wieder gesehen. Da vielleicht noch der Hinweis. Wir hatten ja angekündigt, dass wir da einen kleinen kurzen Austausch machen. Damit ihr da jemanden vom Stuttgarter Fanradio auch kurz kennenlernen könnt. Aber die hatten technische Probleme. Und deswegen hat es jetzt alles so ein bisschen verschoben. Mal gucken, ob wir das noch machen. Jetzt sehen wir aber erstmal wunderschöne Spielverlagerung vom UFC auf die rechte Außenbahn. Richtung Vincent Moreno, der im 1 gegen 1 aber erstmal hängen bleibt trotzdem. Flanke von Feigenspahn. Wird abgefälscht. Kommt der Richtung Tor aus. Jawoll, Dornobusch kriegt ihn nicht mehr rausgekratzt. Eckball für den UFC. 37. Minute. Umkämpfte Partie unter Flutlicht am Bibererberg. Voller Gästeblock. Voller Stimmungsblock beim UFC. Sensationelle Stimmung auf dem Bibererberg. Und jetzt, da es nach Eckballverhältnis 3 zu 2 steht. Vielleicht die Gelegenheit auch nach Toren in Führung zu gehen. Marcos, der diskutiert nochmal mit Vincent Moreno. Sagt dem Jungen, jetzt schweiß ihn halt ein. Ich hab die Faxen dicke. Und Marcos Alvarez, der steht da jetzt auch am Eckball und wird die Kugel hineinbringen. Richtung ersten Pfosten. Rossmann erstmal mit in der Verlosung. Aber dann landet die Kugel in den Armen von Felix Dornobusch, dem Keeper. Der Stuttgarter Kicker, der direkt weit abgeworfen konnte das Spiel der Stuttgarter. Da muss Vincent Moreno jetzt hinterher. 2 gegen 2, 2 gegen 3 und dann rutscht da zum Glück weg der Stuttgarter. Und so kann Vincent Moreno ohne größere Probleme diesen Angriff bereinigen. Alvarez, jetzt sofort rechts raus weitergeleitet auf Mike Feigenspahn. Feigenspahn gegen 2 gegen 3. Bleiter bleibt am Ball. Feigenspahn gegen 4 jetzt schon im Strafraum. Feigenspahn und am fünften bleibt er dann hängen. Aber trotzdem an der Grundlinie weiter Mike Feigenspahn. Rechte Außenbahn. Dann geht er jetzt nochmal zurück. Dreht nochmal ein paar Pirouetten. Feigenspahn, der weigert sich einfach hier aufzuhören. Und dann geht er zu Boden. Feigenspahn, immer noch nicht bereinigt die Situation. Und der UFC bleibt mit Moreno am Ball. Jopek an der Strafraumkante. Flanke hinein Richtung Urbich, der lässt prallen. Aber da steht nicht Alvarez, sondern ein Stuttgarter Spieler. Trotzdem, jetzt haben wir sie mal so ein bisschen festgenagelt an ihrem eigenen Strafraum. Und sofort sind natürlich die Fans auch voll da. Erwarten die nächste Angriffswelle. Urbich im Strafraum angespielt. Super gemacht von Urbich. Der legt jetzt ab für Keanu Staud. Der könnte abziehen aus dem Rückraum. Nein, nochmal kurz gespielt. Auf Alvarez. Jetzt nochmal in den Strafraum eingespielt. Feigenspahn im Strafraum. Abschluss. Außennetz. Richtig, richtig guter Angriff vom UFC. Geil gespielt eben von allen. Und dann auch Marcos Alvarez, der im Endeffekt noch Mike Feigenspahn sucht mit einem Steckpass. Hier haben wir es gleich nochmal in der Wiederholung. Schön dieser Druck vom UFC. Marcos Alvarez sich einmal dreht und dann Mike Feigenspahn findet da. Und dann der erste Kontakt nicht perfekt stimmt. Und dann landet der Ball im Endeffekt am Außennetz. Also erste wirklich gute Chance für den UFC, würde ich jetzt mal behaupten. Feige war es nach gutem Kombinationsspiel von Urbich, Staude und Alvarez. Aber wie gesagt, nur das Außennetz. Stuttgarter Kickers mit dem Abstoß weit nach vorne. Denn der UFC hat gepresst. Finden da auch Niklas Antlitz im Sturm. Und behaupten den Ball. Auf der rechten Seite geht es weiter mit Dickelhuber. Achtung. Ball in die Spitze gespielt. Muss Ronny Marcos hinterher. Abgeprallt. Und Jason Breitenbach klärt das Ding raus. Zusammen mit Christian Achtschesen. Also erstmal raus aus der Gefahrenzone. Es gibt den Einwurf für die Stuttgarter Kickers. Das Ganze vor den Augen von unserem Chefcoach von Christian Neidhardt. Er ist auch diese Chance noch nutzt Anweisungen zu geben. Also einer der aktiv coacht. Schmitz beim Einwurf. In die Spitze geworfen. Aber Christian Achtschesen mit dem Kopf dazwischen. Schade, gutes Pressing eigentlich von Alvarez. Aber die Stuttgarter Kickers schaffen es noch, sich zu befreien. Und erstmal zurück in die Verteidigung zu spielen. Die letzten fünf Minuten laufen in dieser ersten Halbzeit. 0 zu 0 steht es bisher. Zwischen Kickers Offenbach und den Stuttgarter Kickers. Weiter Ball in die Spitze. Landet im Seitenhaus. Einwurf für UFC. Das sehen wir jetzt schon zum zweiten Mal. Wenn der Felix Dornebusch, der Keeper der Stuttgarter, angelaufen wird. Dann hat er durchaus auch seine Probleme das Ding oder das Spielgerät kontrolliert nach vorne zu bringen. Ist jetzt schon zum zweiten Mal dann im Seitenhaus gelandet. Ich kann mir gut vorstellen, dass Christian Neidhardt in der Halbzeitpause in fünf Minuten seinen Jungs auch das auf den Weg geben wird. Dass es sich durchaus lohnt diesen Keeper anzulaufen. Noch fünf Minuten also bis zur Halbzeitpause. Wir sehen eine umkämpfte Partie. Wir sehen eine ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften hatten ihre Torchancen. Die letzte hatte der UFC nach toller Kombination. Feigenspahn auf der rechten Außenbahn. Den Ball ans Außennetz gesetzt. Sicherlich der schönste Spielzug bis hierhin. Und jetzt vielleicht die Chance umzuschalten. Urbich in die Spitze geschickt. Dann Urbich. Da wird er gefoult. Und das war leider nicht ganz der letzte Mann. Deswegen gibt es da in Anführungszeichen nur die gelbe Karte für den Mann mit der Nummer 28. Lukas Kiefer. Und ihr hört es vielleicht im Stadion. Die Fans haben da die rote Karte gefordert für die Notbremse. Aber davor perfekter Pass von Marcos Alvarez in die Spitze. Der dann Jan Urbich auch erreicht. Und er kreuzt direkt seinen Gegenspieler. Zieht dann auch das Foul. Aber war eben nicht der letzte Mann. Denn so einen halben Meter hinter ihm war noch einer mit nach hinten geeilt. Und deswegen gibt es hier nur die gelbe Karte. Ich glaube in der 42. Minute war das ungefähr. Also. Nächster Freistoß. Für den OFC. Erste knifflige Entscheidung in diesem Spiel. Für Timo Gerrach, dem Bundesliga-Schiedsrichter, der in heutigem Spiel die Partie pfeifen wird. Wird auch nach dem Spiel bei der Pressekonferenz mit dabei sein übrigens. Da kann man den auch nochmal hören. Und auch seinen Statement zum Spiel vor allem. Hören. Jetzt aber erstmal. Freistoß. Etwas weiter weg. Ich würde mal sagen, so 23, 24 Meter sind das schon. Staude und Alvarez stehen wieder bereit. Und ich glaube, auch dieses Mal wird es Marcos Alvarez sein, der diesen Ball aufs Tor zirkeln wird. Auf geht's Alva. Mach den rein, Junge. Dritter Freistoß der Partie. Die Mauer steht. Alvarez steht. Angepfiffen. Alva mit dem Schuss. Gerade noch abgefälscht. Und es gibt den nächsten Eckball für den OFC. Also, der sah im Ansatz sehr gut aus. Naja, war noch gerade so ein Körperteil des Stuttgarters dazwischen. Denn Rossmann hatte auch kurz angezeigt, dieses Körperteil war ein Arm, Herr Schiedsrichter. Aber die Proteste waren dann eher zaghaft. Und der Schiedsrichter Timo Gerach hat das auch direkt abgewunken. Und so gibt es den Eckball für den OFC. Marcos Alvarez von der Freistoßposition. Jetzt zum Eckball. Mit rechts vom Tor weg wird er den Ball hineinbringen Richtung Tor. Und da ist er an den Pfosten gegangen. Riesenchance für den OFC. Müssen wir gleich nochmal ins Replay reingucken. Beste Gelegenheit für den OFC kurz vor der Halbzeit. Da schauen wir nochmal rein. Also Alvarez vom Tor weg bringt er die Ecke hinein Richtung ersten Pfosten. Und dann war es sogar Rossmann, der da im Fünferraum irgendwie an die Kugel kommt. Und dann links Battschatz gemacht am Pfosten. Beste Gelegenheit ganz kurz vor der Halbzeit für den OFC. Der jetzt nochmal mit rechter Außenbahn kommt. Feigenspann hat er mit der Hacke kunstvoll versucht den Ball mitzunehmen. Ist ihm nicht ganz gelungen. Und die Stuttgarter jetzt erstmal das Gegenpressing ebenso kunstvoll umspielt. Und jetzt auch versucht mit der Hacke den Ball weiterzuleiten. Und Jason Breitenbach hat da glaube ich nochmal für ein bisschen Aufregung gesorgt. Hat dann im Gegenpressing etwas zu doll zugelangt. Und dann gibt es den Freistoß. Entschuldigt sich aber auch direkt. War wohl anscheinend keine Absicht. Timo Gerrach der Schiedsrichter sieht das dann auch so. Und lässt das dann auch entsprechend ungeahndet. Und so gibt es Freistoß für Stuttgart. Tief in deren eigener Hälfte. Den werden sie aber aller Voraussicht nach so wie sie sich bewegen noch ein letztes Mal weit nach vorne schlagen. Denn wir sind hier in der letzten Minute vor der Halbzeit. Und dann wird es Richtung Kabinen wahrscheinlich gehen. Viel Grund lang nachzuspielen gibt es nicht. Aber vielleicht gibt es jetzt nochmal den Konter für den OFC. Alvarez kann er die Kugel dagegen zweimal behaupten. Jawohl kann er. Und Staude im Vollsprung nimmt er die Kugel mit. Aber dann nicht ganz. Aber Schiedsrichter Timo Gerrach hat gesehen, dass Alvarez da gefoult wurde beim Ball festmachen. Und dann gibt es nochmal den Freistoß. Aber nur wenige Meter. Zwei vielleicht in Hälfte der Stuttgarter. Und so geht es erstmal zurück über die eigene Kette der Offenbacher Kickers. Zurück auf Johannes Brinkis. Ganz in Gelb spielend. Auf seinen linken Innenverteidiger Christian Archesen. Archesen. Ja, der macht jetzt mal ein paar Meter nach vorne. Dribbelt mal an. Warum denn nicht? Archesen. Langer Ball rechts raus Richtung Feigenspahn. Aber da ist Stuttgart erstmal zwischen. Zweiter Ball ist allerdings beim UFC. Björn Juppeck hat den eingesammelt. Richtung Alvarez. Jetzt in die Spielmacherposition. Alvarez toll aufgedreht. Alvarez Richtung Urbich. Und Urbich am Strafraum. Nochmal Alvarez. Nochmal ins Getümmel reingespielt. Urbich sammelt sich die Kugel nochmal ein. Und dann geht es nochmal über rechts draußen. Über Mike Feigenspahn. Der jetzt im 1 gegen 2. Aber erstmal mit Juppeck. Toll. Weitergeleitet von Juppeck. Kommt Feigenspahn da irgendwie ran. Leider nicht ganz. Und eine Minute Nachspielzeit hat Timo Gerrach anscheinend angezeigt. Und der UFC nochmal mit Ballbesitz. Nochmal eine letzte Angriffswelle. Die rollen soll Richtung Tor der Stuttgarter Kickers. Richtung Felix Dornebusch. Der Ball Richtung Urbich. Aber erstmal geklärt. Antlitz möchte die Kugel dann festmachen. Aber Breitenbach super eingesammelt. Das Spielgerät. Jetzt nochmal rechts raus. Also die letzten 20 Sekunden gibt es nochmal einen Angriff. Rossmann auf Juppeck. Zentrale Position. Juppeck dreht sich auf. Dann auf Alvarez gespielt. Alvarez behauptet die Kugel mit dem Rücken zum Tor. Dann erstmal auf Juppeck. Juppeck links raus auf. Ronny Markus Richtung Grundlinie. Und Ronny Markus der Linksverteidiger kann die Kugel nicht erlaufen. Und Timo Gerrach schaut zur Uhr. Und das wird es gewesen sein. Der erste Durchgang endet. Ich verabschiede mich hier jetzt. Und wir sehen uns dann in wenigen Minuten unten zum Halbzeitinterview mit Jörg, Priel und Achim Enders. Es geht um die Legendenloge ihr Lieben. Nebelschwaden in Rot-Weiß, das Flutlicht strahlt, der Ball auf dem Anstoßkreis. Und wieder hab ich so'n Gefühl, kann man nicht beschreiben, kann man nicht erklären. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht. Und der Geist vom Bibraberg ist wieder erwacht. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Bibraberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Bibraberg gibt's nur beim OFC. Und wenn der Weg auch steinig ist, gehen wir trotzdem weiter geradeaus. Wir stehen immer wieder auf, wir kämpfen und fighten, wir jubeln und wir schreien. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht. Und der Geist vom Bibraberg ist wieder erwacht. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Bibraberg gibt's nur beim OFC. Und go. Halbzeit am Bibraberg und das bedeutet natürlich auch interessante Interviewgäste hier in der Halbzeit. Und jetzt bei uns ist Achim Enders und Jörg Briel, Vizepräsident von Kickers Offenbach seines Zeichens. Und wir wollen mit euch ein bisschen über etwas reden, womit die Kickers Fans in letzter Zeit richtig viel Freude hatten, auch hatten auch schon in der letzten Saison, über die Legendenloge. Und da wollen wir vielleicht erstmal bei dir anfangen, lieber Achim. Du hast ja ganz entscheidend damit gewirkt. Ich glaube, du hast sie dir sogar erdacht, die Legendenloge. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es da überhaupt erstmal zugekommen ist, zu dieser Legendenloge? Ja, erstmal hallo an alle. OFC-Gemeinde ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Wenn wir sagen, wir sind Kult, wir sind ein Traditionsverein, muss man sich auch um diejenigen kümmern, die halt eben den Verein vor vielen Jahren mal repräsentiert haben. Da haben wir uns was überlegt und haben gesagt, wir wollen die Leute wieder zurück ins Stadion holen, angefangen von der 70er-Mannschaft, Pokale ins Spiel. Aber genauso gut auch Leute, die halt vor ein paar Jahren hier gespielt haben. Das gelingt uns überragend gut, finde ich im Moment, wenn ich heute da hoch gucke. Da sind vier Generationen von Spielern da. Wir haben einen Haufen Spaß, es gibt nette Gespräche und genau das ist Sinn und Ziel. Ehemalige Trainer, ehemalige Spieler zurück in den Verein und wieder zurück auf den Biberberg zu bringen. Ich kann mir vorstellen, da werden dann auch viele aufeinandertreffen und von alten Zeiten erzählen und schwärmen und sich davon erzählen. Ich glaube, da gibt es dann auch ein großes Hallo unterhalb der Legenden. Also irgendwann schreibe ich das Buch von Trainingslagern, Erlebnissen, die sich zugetragen haben. So Kollegen wie Olli Roth und wie sie alle heißen, die da Dinge erzählen können aus den ganzen Jahren. Es ist einfach überragend, was da stattfindet in den Austausch. Die Leute haben sich teilweise selbst jahrelang nicht gesehen und wie oft wir hier schon rausgekehrt worden sind, weil die Leute ins Bett wollten und da oben immer noch die Geschichten von früher kamen. Das ist wirklich überragend. Ich kann mir vorstellen, Jörg Briel, auch aus Vereinssicht ist das eine klasse Sache, diese Legendenloge. Kannst du uns vielleicht mal erzählen, warum das für den Verein so eine tolle Sache ist? Also ich denke, dass der Achim das schon wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Die Tradition wird einfach greifbar und es ist einfach schön, wenn die Menschen kommen und wenn man wirklich denen in die Gesichter schaut und dann sieht einfach, wie die sich freuen. Egal, ob sie 1972 hier gespielt haben, 82 oder 92 spielt keine Rolle. Es ist einfach wunderbar. Gespräche kommen zustande, Fußball als Begegnungsstätte eben auch unter ehemaligen Spielern. Ja, so ist es und ich glaube, du hast ja vorhin so ein bisschen auch schon gesagt, dass wahnsinnig interessante Geschichten erzählt werden. Und jetzt gibt es ja für Fans die Möglichkeit, da auch mal ein bisschen Mäuschen zu spielen, mal ein bisschen ganz live mit dabei zu sein. Erzähl uns doch, was ist dieses Jahr neu an der Legendenloge? Was gibt es da neu zu erwerben? Also wir haben eigentlich von der Basis her gesagt, der Zuspruch ist so überragend, dass wir die Loge erweitern und verdoppeln. Und das hat uns ermöglicht, dass wir gesagt haben, wir wollen den Fans eine Chance geben, dabei sein zu dürfen und Kickers Inside zu erleben, wie wir es genannt haben. Soll heißen, vorher beim Freckel im Fanmuseum mit einer persönlichen Führung sich das Fanmuseum mal in Ruhe anzuschauen, mit dem Traktor hochzufahren, wenn er denn wieder geht. Eine Stadionführung, die hat heute der Jörg schon zum ersten Mal gemacht und dann nachher eben einfach in der Loge teilzunehmen. Und wir haben da oben gerade zwei junge UFC-Fans mit einem siebenjährigen Bub dabei, dem die Augen glänzen, dass er in Karl-Heinz Holz, in Olli Roth, in Laszlo Kanyuk sieht. Und das bieten wir an. Also man kann über die Traditionsloge at ofc.de sich mit uns in Verbindung setzen, kann sich einbuchen, kann einen halben Tag UFC hinter den Kulissen sehen und glaubt mir, es ist echt hochspannend. Und ich glaube, das haben viele schon begriffen, dass das hochspannend ist, denn vielleicht kann ich dir mal entlocken, du hast es mir vorhin erzählt, die Tickets sind ziemlich heiß begehrt und man sollte jetzt ziemlich schnell sein, wenn man da noch dabei sein will. Ja, das ist korrekt. Also im Moment sind es sechs Spieler, die fest terminiert sind. Maximal vier Gäste pro Spiel, mehr geht nicht. Das heißt sechs Spiele mal vier sind 24. Aktuell sind bis zum Freiberg-Spiel 23 Karten schon verkauft. Ich freue mich auf den nächsten Anrufe, weil es gibt ja eine Rückrunde, es gibt noch Spiele in dem Jahr, die noch nicht festliegen. Und nochmal, es ist wirklich ein Erlebnis mit einem Riesenspaß hinter den Kulissen. Und natürlich auch sensationell, freut einen dann ganz besonders zu hören, dass da eben auch noch ein fetter Batzen an das UFC-Fanmuseum geht. Als Spende ist ja auch großartig. Und jetzt wollen wir mal versuchen, den Bogen zu schlagen zu heute Abend. Flutlicht 8.000 plus X, während hinter uns das neue Halbzeitspiel gerade läuft. Jörg, ich glaube auch du, der jetzt schon relativ lange beim UFC dabei ist. Du hattest vorhin wahrscheinlich eine Gänsehaut. Choreo, 8.000 Zuschauer, Flutlicht, Auswärtsblock auch gut gefüllt. Viel mehr kann man sich nicht wünschen für ein Auftaktspiel, oder? Also ich denke einfach, es war ein super Auftakt in die Regionalligasaison 23, 24. Die Kickers haben ein ordentliches Spiel gemacht. Man hat viele Automatismen gesehen, die funktioniert haben. Kämpferisch absolut in Ordnung. Und das Klänzchen Glück, vielleicht kommt das in der zweiten Halbzeit. Und der Michael Schneider sagte das vorhin so schön. Und wenn es ein dreckiger 1-0-Sieg wird am Ende. Wunderbar. Schau an, versuche ich dir jetzt noch einen Ergebnistipp zu entlocken. Dreckiger 1-0-Sieg, würdest du da mitgehen? Was erwartest du für die zweite Halbzeit, wie dieses Spiel ausgehen wird? Also ich bin auch fest der Meinung, dass wir das Ding heute gewinnen. Das wird eine enge Kiste. Und es wird wahrscheinlich nicht so deutlich wie der Sieg in 14 Tagen gegen die Eintracht. Aber ich denke, wir werden das Ding heute nach Hause schaukeln mit dem 2-1. Dann wollen wir mal sehr darauf hoffen. Und wir hören uns dann gleich zu Durchgang 2 wieder. Vielen lieben Dank. Danke. 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 Und wieder hab ich so'n Gefühl, kann man nicht beschreiben, kann man nicht erklären. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht. Und der Geist vom Vibra-Werk ist wieder erwacht. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Vibra-Werk gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Vibra-Werk gibt's nur beim OFC. Und wenn der Weg auch steinig ist, gehen wir trotzdem weiter geradeaus. Wir stehen immer wieder auf, wir kämpfen und fighten, wir jubeln und wir schreien. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht. Und der Geist vom Vibra-Werk ist wieder erwacht. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Vibra-Werk gibt's nur beim OFC. OFC, OFC, forever OFC. Da sind wir wieder, zur zweiten Halbzeit. Die Jungs sammeln sich und werden nochmal ganz kurz fit gemacht. Von Mele Mosqueda, unserem neuen Athletic-Coach für die Saison. So wie ich's hier sehe, haben wir erstmal keine personellen Veränderungen für diese zweite Halbzeit. Und nochmal voll ab übrigens auch für diese zweite Halbzeit. Wir kommentieren im Radio-Modus. Also wir haben auch ein kostenloses Webradio, was wir immer anbieten, was man sich auswählen kann. Gleiche Tonspur ist allerdings auch hier auf dem Bild drauf. Das heißt, wir reden durchgängig. Falls sich der eine oder andere fragt, warum das so ist und wir nicht das Spiel einfach mal laufen lassen. Das machen wir für die vielen, vielen Leute, die sich das Ganze im Radio anhören. Also das ist ein kurzer Reclaimer von uns. Ja, zweite Halbzeit, 0 zu 0 steht's. Der UFC kam in den letzten 10 bis 15 Minuten der ersten Halbzeit immer besser rein in die Partie. Hat durch Maximilian Rossmann die größte Chance des Spiels bisher gehabt. Allerdings ging sein Ball nach der Ecke vom Oberschenkel oder vom Knie. Nur an den Außenpfosten und leider nicht in das Tor. Also deswegen steht es hier weiterhin 0 zu 0. Die Stuttgarter Kickers verstecken sich keineswegs. Mutiger Aufsteiger, sehr ambitionierter Aufsteiger, so wie wir das erwartet haben. Die jetzt hier anstoßen werden. Partie übrigens geleitet heute von einem Bundesliga-Schiedsrichter von Timo Gerach. Und der jetzt die zweiten 45 anpfeift. Stuttgarter Kickers mit dem langen Ball auf unsere linke Verteidigerseite. Und dann geht's weiter. Ballgewinn, UFC. Marcos Alvarez artistisch in die Spitze zu Jan Urbig. Der dann seinen Gegenspieler zu Boden ringt in Kolbe. Und deswegen gibt's hier den Freistoß für die Stuttgarter Kickers. Das Ganze etwa 20, 25, 30 Meter vor dem Stuttgarter Kasten. Eine Bitte, und zwar direkt an die Fenster Stuttgarter Kickers. Bitte unterlass das Abbrechen von... Freistoß Stuttgarter Kickers weit auf ihre rechte Seite. Gitter hat er geleitet und immer noch am Ball die Stuttgarter Kickers. Allerdings ist Ronny Marcos dann da. Zweiter Ball ist bei Blau schon wieder. Und dann wird aber erstmal geklärt. UFC im Ballbesitz mit Björn Jopek weit in die Spitze geschlagen. Dieser Ball in Richtung Mike Feigenspan, der im Laufduell gegen die Nummer 3. Dornebusch dann... Der keine Gefangenen nimmt. Und das Ding erstmal weit nach vorne holzt. UFC weiter im Pressing. Aber Stuttgarter Kickers regeln das gut. Während der Stuttgarter Kickers Block ordentlich was anzündet. Oder abfackelt, besser gesagt. Für Euro Technik wird abgebrannt im Gästeblock. Stuttgarter Kickers holen sich den Ball. Aber Feigenspan, reaktionsschnell, holt ihn nicht zurück. Wird dann zu Boden gerissen. Und es gibt den Freistoß für den UFC. Nachdem er gesehen hat, der Ball war noch gar nicht im Aus. Und es gibt hier also den nächsten Freistoß für die Kickers in Rot. Hier haben wir nochmal die Situation. Ja. Der Spieler mit 18 dachte, dass sein Mitspieler den Ball jetzt ausgehen lassen würde. Feigenspan hat das gesehen, hat dann ganz schnell geschaltet. Und auch Kasper ist zurück für die 2.45. Alles klar? Einmal jedes einzelne Treppenhaus dieses Stadions abgesprintet. Von den Interviews und wieder zurück. Und dann nochmal kurz Richtung Toilette. Aber was hält mich jetzt erlaubt? Das kühle Nass. Und zwar unsere leckere Sinalco Apfelsaftschorle. Vielen Dank Kasper. Flanke von Marcos Alvarez. Auf den langen Pfosten in Richtung Rossmann. Zweiter Ball ist bei Staude. Linke Seite. Haken. Bleibt dann aber hängen. Staude am zweiten Gegenspieler. Feigenspan. Sehr gut. Wer danach setzt uns Grätsch. Und den Ball dann quasi ins Seitenaus buxiert. Es gibt hier den Einwurf für die Schuttgarter Kickers. Das Ganze noch in der eigenen Hälfte. Und der Spieler, der einwürfen wird, sollte jetzt mal stehen bleiben. Denn weiter vor darf er eigentlich nicht. Jetzt wird eingeworfen. Christian Achesen. Kopfball gewonnen. Hin und her geht es jetzt in Richtung Tickeaci. Aber Breitenbach, der ihn da einfach zu Boden schiebt. Rossmann in den Nebelschwaden. Passt er den Ball zurück zu Johannes Brinkis. Ganz gut gemacht. Und dann geht es weiter rechts raus auf Vincent Moreno. Der hat ein bisschen Wiese vor sich. Könnte gehen. Stoppt aber nochmal ab. Und wählt den erneuten Spielaufbau über Johannes Brinkis. Der dann zu Christian Achesen. Ja, das fällt jetzt wirklich in Nebelschwaden getaucht. Denn die Schuttgarter Kickers haben wirklich ordentlich was gezündelt im Block. Weiter Ball auf der linken Seite jetzt zu Jan Urbich. Der wird ein bisschen umklammert. Weiter geht es mit Einwurf Schuttgarter Kickers. Eine Entscheidung, die nicht jeder so teilt. Vor allem nicht unsere Männer und Frauen auf der Waldemar-Kleintribüne. Der Kugel. Der Kugel. Der Kugel. Der Kugel. Und zusätzlich ihm lampen. Und R posed für die Eindefarbe Grandin zur classeus earthen. So, Nebelschwaden vor dem Flutlicht, während Jan Urbich aber nach wie vor da am Boden liegt. Und jetzt kommt auch die medizinische Abteilung aufs Feld. Hoffen wir mal, dass der Youngster sich nicht ernstlicher wehgetan hat. Der hier ein bisschen wirklich ein richtiger Aktivposten ist, wahnsinnig viel unterwegs ist. Aber nach wie vor reibt sich der UFC da noch ein bisschen auf an der Stuttgarter Defensive. Klar, die haben 17 Gegentore kassiert nur in der vergangenen Saison. Die stehen da einigermaßen stabil hinten drin. Kammerbauer, Kolbe, Polauke und Schmitz da hinten drin. Jetzt zieht hier der Nebel durchs ganze Stadion. Ihr seht das. Ein bisschen ein milchiger Blick, den ihr da unten aufs Feld habt. Während Jan Urbich da jetzt hochgeholfen bekommt, auch nochmal die Entschuldigung bekommt von seinem Gegenspieler, vom Mann. Mit der Nummer 5 war das, glaube ich, Marcel Schmitz. Der Rechtsverteidiger dürfte das dann sein. Ja, scheint aber weiterzugehen für Jan Urbich. Er hat jetzt hier Erstversorgung bekommen von ganz oben quasi. Nicht nur von unserem Physio von Jörn Klimper, sondern auch von unserem Mannschaftsarzt von Dr. Michael Joneleitzt, der heute mit dabei ist auf der Bank. Also kann wohl weitergehen für Jan, der auch schon wieder auf dem Feld ist. UFC also jetzt schon wieder komplett. Elf gegen elf. Rossmann wird angelaufen von Antlitz, findet dann aber Mike Feigenspahn, der will den Ball direkt weiterleiten. Da kommt dann eine herbe Grätsche ab und erkundigt sich noch beim Referee, beim Linienrichter. Sag mal, das kann man auch mal pfeifen, oder? Wenn man da mit beiden Sohlen so vorausgeht. Gibt aber nur hier den Einwurf. Für den UFC. Vincent Moreno. Macht sich den Ball nochmal trocken. Und schaut dann, wohin kann es gehen. Weit nach vorne, in Richtung Feigenspahn. Der hält sich den Gegner so ein bisschen vom Leib. UFC bleibt weiter drauf. Vincent Moreno holt sich die Kugel zurück. Moreno. Immer noch Moreno, schon im gegnerischen Strafraum. Moreno. Aber dann verliert er den Ball am dritten Gegenspieler. Obig setzt nach. Aber Stuttgarter Kickers machen das gut. Im Endeffekt ist es dann Rossmann, der dazwischen geht. Und jetzt wird V-Spiel gegen Obig gepfiffen. Also, das weiß ich jetzt nicht. Hat er sich lange angesehen, die Aktion. Herr Schiedsrichter, hier haben wir es auch nochmal in der Wiederholung. Obig, der da ackert und ackert. Ja, und na ja. Weiß ich nicht ganz. Na ja. Du hast es vorhin gesagt, was soll man gegen einen Bundesliga-Schiedsrichter sagen? Denn der wird es im Zweifelsfall auch mal besser wissen als zwei Fan-Radio-Kickers-TV-Reporter. Wobei ich mir das eigentlich kaum vorstellen kann, dass irgendjemand irgendetwas besser weiß als wir beide, Marius. Ne, Spaß beiseite. Also, ich glaube, das kann man schon sagen beim Timo Gerrach. Dem merkt man an, der hat da eine enorme Qualität. Das siehst du dann auch immer wieder in Situationen, wo das Spiel eigentlich schon 15 Meter weiter ist. Und er sieht dann noch irgendwie das Foul, was da irgendwie 15 Meter abseits des Balles geschieht. Das ist schon wirklich, ja, da merkt man einfach, der Mann, der hat eine Klasse als Schiedsrichter. Wird ja, glaube ich, auch tatsächlich nachher in der Pressekonferenz sitzen im Zuge dieser Aktion, im Zuge des Jahres des Schiedsrichters. Bin mal gespannt, was der da so erzählen wird. Jetzt kommt aber erst mal der UFC mit Christian Archesen. Langer Crosspass rechts raus Richtung Feigensparn. Aber Kammerbauer ist da erst mal da. Der Kopf dazwischen. Wollte eigentlich zurück zu seinem Schlussmann. Allerdings, das hat nicht so ganz geklappt. Zu viel Schweiß auf der Stirn. Ball abgerutscht ins Tor aus. Und es gibt den nächsten Eckball für den UFC. Ich glaube, das könnte der fünfte oder der sechste sein. Ich habe da im Endeffekt gar nicht mehr mitgezählt. Wir schauen es gleich. Hier bei uns auf der Anzeigetafel wird das präsentiert. Und zwar ist es der fünfte Eckball. Und wiederholt sich Marcos Alvarez diesen Ball. Der vierte war sehr gefährlich. Er fand nämlich den Oberschenkel oder das Knie von Maximilian Rossmann. Und von Dorwart ging der Ball leider nur in den Außenpfosten. Die bisher größte Chance. Auch diese Ecke natürlich hier im Kickers TV präsentiert von Pediprotect. Marcos Alvarez. Bei der Ecke. Hier haben wir ihn in groß. Jetzt kommt sie rein. Diese Ecke. Auch Rossmann, der da wieder anspringt. Gegen zwei. Spiel läuft erst mal weiter. Und jetzt wird es abgepfiffen. Timo Gerach erkundigt sich gleich bei Rossmann. Und auch bei den beiden Stuttgarter Spielern. Ich glaube, der Kapitän war da mit dabei. Dickel Huber. Und... Scheiße. Oh. Daunobusch erkundigt sich gerade bei seinem anderen Mitspieler. Und wir erkundigen es natürlich bei Maximilian Rossmann. Da wird jetzt auch nachgeforscht. Jan Klimper und... Michael Joneleitz. Und Rossmann, der natürlich brachiale Gewalt in die Luft kriegt. Der ist schon wieder auf den Beinen. Läuft das Ganze locker ab. Hoffen wir natürlich auch, dass es bei den Stuttgartern gleich genauso aussehen wird. Aber der wirft sich da richtig rein. Das erste Mal offiziell, also in einem offiziellen Spiel als Capitano. Gestern wurde er vorgestellt als Kapitän der Saison. Maximilian Rossmann. Ein richtiger Bär. Ja, aber da ist mir ganz kurz noch ein bisschen fahl geworden. Denn also, wie hektisch Felix Dornebusch da die medizinische Abteilung herangewunken hat, war dann doch schon so ein bisschen zu erahnen, dass es da richtig schmerzhaft ist. Und die Behandlung dauert da auch nach wie vor an. Drücken wir auch unseren Gästen aus Stuttgart die Daumen, dass sich da niemand ernstlicher wehgetan hat. Na klar, definitiv. Also die sind da schon richtig zusammengerasselt. Ich mache mal kurz einen fragenden Blick. Kann wir das vielleicht sogar, diese Ecke in der Wiederholung? Nein, diesmal nicht. Aber der eine steht zumindest schon wieder. Und auch der zweite berappelt sich langsam hier. Unser steht schon länger. Unser Rossi. Und der Mann mit der Nummer 28 war da mit im Geschehen. Das ist Lukas Kiefer. Der ist jetzt wieder auf den Beinen. Und auch für Dickelhober scheint es gleich weiterzugehen. Wie es mit dem Spiel weitergeht, das ist jetzt mal so die Frage. Also hat er da irgendwie Stürmer vorgepfiffen? Oder ist das Schiedsrichterball, UFC war ja im Ballbesitz. Auch Urbich erkundige ich dich ja gerade nochmal. Unsere Trainer fragen sich auch, ja, was machen wir? Wie geht es weiter? Und Schiedsrichter sagt, Ballbesitz, Stuttgart der Kickers. Also muss man nicht unbedingt verstehen. Auch Issa Neidert teilt da mit mir diese Meinung. Aber es wird schon alles seine Richtigkeit haben. Wir hoffen natürlich, dass Rossmann jetzt gleich wieder aufs Feld kommt. Denn der muss da sein, wenn es gleich zum weiten Ball geht vom Torhüter. Erstmal ist Jason Breitenbach hinten. Der kann das ja auch spielen. Ja. Jörn Jopek mit dem Kopf weit in die Spitze. Erstmal Stuttgart der Kickers da für den Ballgewinn. Aber Marcos Alvarez macht das dann gut. Und es gibt einen Wurf für den UFC. Und das Ganze auch für die Mittellinie. Vincent Moreno, unser Rechtsverteidiger. Jetzt beim Einwurf auf Marcos Alvarez, der die Kugel erstmal versucht zu behaupten und weiterzuleiten Richtung Feigenspann. Und dann wird der Ball ins Seitenhaus geklärt. Einwurf UFC. Direkt weitergeworfen auf Feigenspann Richtung Grundlinie. Und Feigenspann setzt sich da durch. Flanke hinein in den Strafraum. Urbich, der wird da komplett geklammert, Herr Schiedsrichter. Der wird da einmal komplett umarmt. Und ja, ich weiß nicht, ob man das unter körperlichen Zweikampfer buchen kann. Also so führt man ihn normalerweise nicht. Und jetzt wird Breitimbach zurückgepfiffen. Und ich glaube, spätestens jetzt gibt es dann doch die ein oder andere Unmutsbekundung hinter uns. Auf der Haupttribüne, auf der Hermann-Nuber-Tribüne und vor uns auf der Waldemar-Kleintribüne. Sind ja doch einige Jungen und Mädels nicht hundertprozentig einverstanden, damit wie hier gerade die Abfolge der Entscheidungen war. Aber Freistoß, Stuttgarter Kickers, das ist unverrückbar. Noch in deren eigenen Hälfte. Halblinke Position. Ein Meter in der eigenen Hälfte liegt da, glaube ich. Ich glaube, Sinan Tekerci ist das, der jetzt hochgeholfen bekommt. Der sich da aber auch noch ein bisschen die Knie stützt. Ein bisschen schmerzweit das Gesicht versucht jetzt zu belasten. Rechten Fuß sieht nicht so gut aus. Das wäre natürlich ganz herb und ganz bitter. Und das wünschen wir noch auf gar keinen Fall für die Stuttgarter Kickers, wenn Sinan Tekerci hier jetzt nicht weiterspielen kann. Der Mann läuft immer noch nicht rund, scheint immer noch nicht richtig belasten zu können. Also links läuft er gerade aus dem Bild, der Mann mit der Nummer 9. Ja. In der Vorbereitung war er wohl schon so ein bisschen das Herz und Seele. Die Herz und Seele des Offensivspiels der Stuttgarter hat da ganz schnell seine Rolle eingenommen als Spielmacher. Und jetzt kommt die Stuttgarter. Aber über links, über Kammerbauer, der da erstmal angegangen wird von Feigenspahn. Und dann im Dreierverbund mit Jopek und Moreno schaffen sie es dann, die Situation zu klären. Und jetzt über rechts mit Mike Feigenspahn. Das ist ein bisschen Wiese vor sich, Feigenspahn. Schon in der Hälfte der Stuttgarter zieht jetzt rein ins Zentrum. Dann geht es links raus zu Ronny Marcos. Ronny Marcos, linke Außenbahn, dann ganz links raus zu Keanu Staude. Staude, der bitte jetzt zum Tänzchen. Eins gegen zwei. Gegen zwei Stuttgarter, dann erstmal einen Rückraum gespielt. Auf Jason Breitenbach. Und dann geht es rechts raus. Auf Vincent Moreno hat er viel Platz zum Flanken. Bringt die Flanke hinein Richtung Strafraum. Erstmal rausgeklärt, trotzdem das Gefühl ist immer noch da. Urbig im Strafraum. Geht da zu Boden. Und dann würde er da zurückgepfiffen. Liegend hat er ja dann noch versucht, den Ball abzuschließen. Und da geht der Stuttgarter zu Boden. Hinter uns gibt es Proteste. Und ganz unberechtigt finde ich die Proteste nicht. Denn auch ich hätte da gesagt, da muss man jetzt nicht zwangsläufig die Situation abpfeifen. Und auch du pustest ein bisschen durch. Ich kann mir vorstellen, du hast es vielleicht auch minimal anders gesehen. Ja, das Gute ist, wir können uns das hier nochmal ansehen. Nach dieser Flanke von Vincent Moreno gab es dann diese Kerze. Und dann, ja, Urbig so ein bisschen weggeschoben. Das nimmt der Verteidiger natürlich dankend an, würde ich mal sagen. Geht dann zu Boden. Und deswegen gibt es hier das Stürmerfoul. Ticci versucht es weiter. Weiter humpelnd. Das heißt aber nicht, dass er nicht aus dem Stand auch noch gefährlich sein kann. Weiter Ball erstmal von Dornobusch. Dann Christian Achtschesen dazwischen. Und die Stuttgartner Kickers wechseln gleich zum ersten Mal. Wir bereiten den ersten Wechsel vor. Und jetzt wird es nochmal laut hier. Ja, geiles Feeling. Die Fans nochmal richtig laut. Und es gibt ein Wurf Stuttgarter Kickers. Das Ganze vor Block 2. Jetzt eingeworfen. Dickelhuber lässt es abprallen zurück. Und dann ist Staudo dazwischen. Gibt wieder ein Wurf. Etwa 5 Meter Raumgewinn für die Stuttgarter Kickers. Wieder werfen sie kurz auf Dickelhuber. Der verteilt dann nach hinten zum Innenverteidiger. Und er nutzt den Platz. Schiebt dann auf die linke Seite raus. Und Vincent Moreno geht dazwischen. Stark gemacht von ihm. Aber es gibt ein Wurf für die Stuttgarter Kickers. Und jetzt wird sich das Stadion erheben. Warum? Weil sie Kickers sind natürlich. Und das Stadion. Man merkt es richtig. Es spürt. Wir brauchen hier jetzt nochmal den richtigen Push von außen. Um hier nochmal richtig eine Druckphase aufzubauen. Und ja, der UFC versucht da den Ball zu gewinnen. Kernow staude mit den Füßchen da dazwischen. Aber die Stuttgarter sammeln die Kugel wieder ein. Spielen den Ball jetzt durch die eigenen Reihen. Jetzt der lange Ball nach vorne Richtung Antlitz. Ach, Ceesin gewinnt das Kopfballduell. Aber zweiter Ball ist bei den Stuttgartern. Dominik Wanner wird gleich eingewechselt werden. Jetzt erstmal langer Ball Richtung Strafraum. Rossmann, der erstmal löschen muss. Zweiter Ball ist trotzdem bei. Stuttgart auf der linken Außenbahn. Moreno wichtig, dass er den Zweikampf da gewinnt. Und dann wird er da gefoult. Und der Schiedsrichter. Es gibt keinen Foul. Das hat ihn über Klinge springen lassen. Doch, das gibt Foul. Aber keine Karte, glaube ich. Also. Ich dachte auch, dass es vielleicht gelb geben wird. Aber jetzt gibt es erstmal den Wechsel. Hier auf Schokota Kickers Seite. Breik wird kommen. Ich glaube, die Konfusion kommt daher an der Stadionwand. Stand Riele, der da rausgeht. Und es war wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass auch der Plan war, Riele rauszunehmen und Breik zu bringen. Aber Tickertschi hat angezeigt, es geht bei mir nicht mehr weiter. Also allerbeste Genesungswünsche da auch an ihn wünschen wir den Stuttgartern, dass dieser sehr offensiv starke Mann ihm bald wieder zur Verfügung steht. Und jetzt müssen sie es also ohne ihn richten. Dafür David Breik, 32 Jahre alt, erfahrener Mann. Eigentlich hatten wir ihn auf der rechten Außenbahn sogar in der Startelf erwartet. Hat 115 Regionalliga-Spiele schon gemacht. Also da haben sie sich richtig Regionalliga-Erfahrungen jetzt eingewechselt. Und er weiß natürlich dann auch dementsprechend, wie man auf dem Biberer Berg spielen muss. Aber die Stuttgarter zeigen es insgesamt an, glaube ich. Die wissen, wie das hier funktioniert. Die spielen kompakt, die spielen eklig, sehr rustikal in der Zweifelkampfführung. Aber jetzt nicht unfair oder überhart. Die machen das genau richtig. Und der UFC, der hält da volle Kanone dagegen. Es ist wirklich ein wahnsinnig ausgeglichenes, ein wahnsinnig enges Spiel. Mike Vetter, Teammanager und Standby-Spieler. Ja, nochmal Shakehands mit Dominik Wanner. Jetzt läuft das Spiel aber schon wieder. Alvarez, zentrale Position dagegen. Dreimann und dann bleibt die Kugel aber bei Breitenbach. Breitenbach jetzt rechts rausgelegt auf Feigenspann. Feigenspann jetzt immer eins gegen eins. Wieder zum Tänz, die zieht jetzt in die Mitte rein. Feigenspann am ersten vorbei, dann dreht er nochmal ab, wieder rechts raus. Feigenspann von Dreimann jetzt umringt. Versucht da durchzufühlen. Ball kommt zu Breitenbach. Ja, der hat da glaube ich schon den Kontakt ein bisschen gesucht. Und darauf geht Timo Gerrach nicht ein. Und so ist der Ball dann im Seitenhaus. Und Ballbesitz Stuttgart. Da, ja, weiß ich nicht, ob da mehr drin war. Aber da ist genau das gewesen, was wir gerade eben beschrieben haben. Sehr intensive Partie. Sehr ausgeglichene Partie. Und jetzt ein Wurf Stuttgart tief in der eigenen Hälfte. Der UFC stellt hoch zu. Und holt sich auf den Ball mit Jopek. Kopfball erstmal in Richtung Urbich. Stuttgart nochmal dazwischen. Und dann Breitenbach einfach mal auf die linke Seite geschlagen. Die Kugel. Stuttgarter Kickers wollen schnell nach vorne spielen, aber finden da nur Max Rossmann. Der hat das Auge für Mike Feigenspaner. Aber auch Stuttgarter Kickers kämpfen gut dagegen. UFC mit Marcos Alvarez in die Spitze zu Urbich. Der Urbich holt sich die Kugel und verteilt dann auf die linke Seite zu Staude. Mit dem Haken. Keanu Staude zieht ein bisschen in die Mitte. Findet dann Marcos Alvarez mit dem Rücken zum Tor. Schießjunge. Marcos Alvarez mit dem Schuss. Glanzparade. Zweiter Ball nochmal reingezogen. Schade. Und rausgeklärt. Ja, das war eine große Chance. Die größte Chance in dieser zweiten Halbzeit bisher. Und Achtung, der UFC muss nach hinten arbeiten. Breitenbach macht das gut. Christian Achtschesen. Also, erste wirklich nennenswerte Chance in dieser zweiten Hälfte. Durch Marcos Alvarez. Das ist schon auffällig. Welche Qualität wir da jetzt hinter der Spitze gerade haben. Marcos Alvarez. Wenn man es dann mal ein bisschen die Kugel durch die eigenen Reihen laufen lässt. Dann in der zentralen Position Alvarez anspielt. Das ist für die Stuttgarter wahnsinnig schwer zu verteidigen. Die Situation müssen wir häufiger heraufbeschwören. Aber jetzt kommt der UFC über die rechte Außenbahn. Mit Moreno erstmal zurück zu Rossmann. Und dann geht es ganz zurück auf Jopek. Und dann wahrscheinlich links raus zu Achtchesen. Link in den Innenverteidiger. Der dann erstmal Abstopp zurück ins Zentrum. Auf Jopek spielt. Im Mittelkreis stehend. Jetzt geht es halbrechts raus auf Rossmann. Rossmann, der jetzt auf Alvarez spielt. Halbrechte Position. Schaut, möchte an rechts draußen die Linie runter. Moreno schicken. Moreno holt die Kugel aber super zurück. Alvarez. Zentrale Position. Geht der ersten Mal am Gegenspieler vorbei. Alvarez. Dann in die Gasse gespielt. Zu Mike Falkenspann. Kommt er da ran an der Grundlinie. Super Pass. Das war doch niemals Abseits. Und der Ball ist im Tor. Aber der Linienrichter pfeift es ab. Beziehungsweise beendet die Situation frühzeitig. Ein Geniestreich von Marcos Alvarez. Da schauen wir auf jeden Fall nochmal rein ins Replay. Aber da fehlt mir gerade noch ein bisschen die Fantasie dafür, dass das Abseits gewesen sein soll. Wir schauen rein. Alvarez. Ja, der war das Abseits. Da müssen wir nochmal reinschauen. Und mit Slow-Mo am besten. Der Ball war eigentlich im Tor. Riesenangriff vom UFC. Und wir schauen nochmal rein. Also, Alvarez. Hier verzögert er. Das war für mich kein Abseits. Aber vielleicht war es die Fußspitze oder sonst was von Falkenspann. Wenn es irgendwie Abseits gewesen war, dann war es ganz hauchzart. Der UFC hier um ein Haar mit der 1-0-Führung. Aber der UFC kommt schon wieder mit Breitenbach, der da jetzt antritt und nach vorne stürmt. Aber dann auch ein brachial guter Zweikampf von den Stuttgartern, die da super in die Rückwärtsbewegung gehen. Also, es ist hier ein Riesen-Fight auf beiden Seiten. Falkenspann, der die Kugel da erobert. Und dann jetzt zu Boden geht. Ihr merkt, was hier an Musik drin ist. Das ist wirklich großartig. Breitenbach, der liegt da noch am Boden. Hat sich da bei diesem Sturmlauf wehgetan. Ja, hat noch das schmerzverzerrte Gesicht. Mauersberger wird kommen. Ein Sechser und ein zweiter Sechser wird kommen. Mit der Nummer 8. Ihr kennt ihn sicherlich noch. Luigi Campagna. Und wenn ihr ihn noch in Erinnerung habt, dann wisst ihr auch. Solche Spiele, der liebt, die liebt er natürlich. Das ist jemand, der da richtig Bock drauf hat. Aber auch beim UFC kommt jemand, der da jetzt nochmal richtig für die Entscheidung sorgen kann. Und das ist Dominic Wanner. Sein Tempo, seine Tribbelstärke, seine Abschlussstärke mit dem linken Fuß. All das ist jetzt etwas, was durchaus kommen kann. Mal gucken, wer für Wanner runtergeht. Warten wir mal ab. Marius prophezeit Staude. Mal gucken. Ja, kann sein. Kollege Schnellker sagt, Staude hätte ja auch gelb gesehen. Gucken wir mal, was es gibt. Noch ist auch den Kickerspieler nicht ganz klar, wer runter geht, glaube ich. Und ja, Staude, du hast vollkommen recht. Staude wird runtergehen. Er bekommt den Applaus. Und für ihn kommt Dominic Wanner. Und Dominic Wanner auf die linke Außenbahn. Da wird er sicherlich gleich mächtig wirbeln. Jetzt müssen wir aber erstmal einen Freistoß verteidigen. Und in diese Schlussphase reingehend, da wir noch etwas mehr als 20 Minuten zu spielen haben. Plus Nachspielzeit, wo die Schiedsrichter ja angehalten sind seit dieser Saison. Noch deutlich großzügiger zu sein, was die Nachspielzeit angeht. Also mal gucken, was es dann hinten drauf geben wird. Jetzt der UFC-Spieleröffnung. Aber Kampagne erstmal mit dem Kopf dazwischen. Alvarez bei der zweiten Kugel am Ball. Toll abgelegt auf Jopek. Jopek auch die Kugel super gehalten. Und dann geht es auf Rossmann. Irwin Pfeiffer kommt derweil zur Ersatzbank. Wird auch bald eingewechselt werden. Und jetzt geht es nochmal rechts raus auf Vincent Moreno. Moreno. Ball einmal angenommen. Sofort Tempo drauf. Und dann geht es zurück ins Zentrum auf Jopek. Jopek gegen drei Mann. Versucht er sich da durchzufühlen. Das ist ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Und das ist jetzt natürlich die Konterchance für Stuttgart. In der Umstandsituation. Jetzt geht es links raus auf Mauersberg. Aber dann nehmen sie erstmal ein bisschen den Tempo raus. Tempo raus aus dem Angriff. Trotzdem Kammerbauer, der dahinter laufen hat. Rossmann räumt da super auf. Und Urbich ist da dazwischen. So aus der Stürmerposition noch mit nach hinten eilen kann. Wahnsinn. Den hätte ich ja gar nicht erwartet, dass er da hinten auf einmal auftaucht. Und es gibt erstmal den Einwurf jetzt für die Stuttgarter Kickers. Das Ganze vor ihrer eigenen Auswechselbank. Nachdem Urbich nach hinten geeilt war. Und erstmal rausgeklärt hat aus der Gefahrenzone. Einwurf jetzt in Richtung Strafraum. Aber geht durch bis zu Johannes Brinkis. Der die Kugel aufnehmen kann. Und dann direkt abwirft. Zu Christian Achtschesen. Der links raus. So war die Markus und der wieder in die Mitte. Zu Björn Jopek. Ball laufen lassen. Das will Christian Neidhardt sehen. Eben nochmal die Ansage aufs Feld. Maxi Rossmann zurück erstmal zu Johannes Brinkis. Antlitz ist ihm da. Ja, ein bisschen zu sehr auf die Pelle gerückt. Das macht er nicht mit, hat er sich gedacht. Dreieraufbau jetzt. Mit Jopek als Libero. In die Spitze gespielt. In Richtung Urbich. Gut verarbeitet den Ball. Dann links rausgelegt auf Ronny Marcos. Den hat er auch noch. Und holt hier den Einwurf zumindest raus. Ich glaube, der war nicht zur Ecke, sondern zum Einwurf geklärt von den Stuttgarter Kickers. Allerdings genau an der Eckfahne. Einen Wechsel haben wir schon auf unserer Seite gesehen. Dominik Wanner ist gekommen für den gelb vorbelasteten Keanu Staude. Und jetzt der Einwurf für Ronny Marcos für den UFC. Wanner zurückgelegt. Und dann Ronny Marcos wieder zu Wanner. Der zurück zu Christian Achtschesen. Und so spielen sie sich da hinten erstmal raus. Max Rossmann. Hat gesehen. Ja, Vincent Moreno ist noch nicht ganz da auf der rechten Seite. Wo er ihn haben wollte für den Pass. Deswegen nimmt er Johannes Brinkis mit. Warum auch nicht. Christian Achtschesen. Achtschesen. Geht erstmal ein paar Meter. Spielt dann nochmal zu Jopek. Der zurück zu Achtschesen. Und dann zu Rossmann. Auf der rechten Seite. Geht vorbei. Ein Antlitz. Einfach mal nach vorne. Schön abgespielt auf die rechte Seite zu Vincent Moreno. Mit der Hereingabe. Urbich geht im Strafraum zu Boden. Nicht ganz gesehen, was das ist. Und Marcos Alvarez versucht es mit dem Rücken zum Tor. Artistisch. Mit einem Volley geht dann aber noch deutlich rechts am Kasten vorbei. Und diese Unterbrichtung gibt die Chance für unseren Trainer. Auszuwechseln. Erwin Pfeiffer wird kommen. Einer, der entweder für den Sturm in Frage kommt. Oder eben für einen der Flügel. Bleibt abzuwarten, wer vom Feld gehen wird. Und jetzt gibt es also die Chance hier. Für Irwin Pfeiffer. Seine Schnelligkeit. Und Trick. Und Gefahr auf der rechten Seite aufs Spielfeld zu bringen. Erst einmal der Abstoß von den Stuttgarter Kickers. Pfeiffer gleich mit drin in der Partie. Gegen drei geht da zu Fall. Rappelt sich schnell wieder auf. Stuttgarter Kickers versuchen es mit dem Diagonalball. Ronny Marcos erstmal mit dem Kopf raus. Zweiter Ball ist bei Blau. Und dann aber im Tor aus. Und es gibt den Abstoß für die Kickers. Für Johannes Brinkis. Kurz ausgeführt zu Maximilian Rossmann. Der eben mit einem Lauf nach vorne die Räume richtig aufgemacht hat. Das ist schön zu sehen. Wenn ein Innenverteidiger das auch mal versucht. Wir haben es oft von Jason Breitenbach in der letzten Saison gesehen. Und auch Rossmann macht das jetzt. Das Ganze vor toller Kulisse. Breitenbach im Zentrum. Ja, versucht den Pass in die Spitze. Der kommt auch an bei Dominik Wanner. Aber dann hat er den Schiedsrichter getroffen. Und er muss die Partie jetzt unterbrechen. Weil er eben angepasst wurde. Wanner wäre auf der linken Seite fast durch gewesen. Wir gucken nochmal rein hier. Erst der Pass zu Breitenbach. Und er geht da ein paar Schritte. Sucht in der Spitze Obich. Mit Hake wunderschön. Da war er gut weitergeleitet. Ich meine natürlich auch Kasper Lauck. Aber UFC weiter im Spiel. Das hätte eine gute Chance sein können. Breitenbach in der Zentrale. Auf Björnjopek, den anderen Sechser. Ja, auf der linken Sechser-Position. Der nimmt dann Ronny Marcos mit. UFC mittlerweile das Spiel im Griff. In der, ja, jetzt 75. Spielminute. Oh oh. Achtung. Kickers Stuttgart holen sich den Ball. Aber es schaffen es da nicht, sich nach vorne zu kombinieren. Der Ball landet im Endeffekt bei Björnjopek. Jopek zurück zu Christiana Cesin und dann zu Max Rossmann. Wer bietet hier den passenden tiefen Lauf an? Breitenbach wird von hinten gestört von Luigi Campagna. Kriegt den Ball aber noch früh genug los. Zum Glück. Und Jopek auf der linken Außenbahn. Zu Ronny Marcos, der zu Dominik Wanner. Wanner mit dem ersten Move. Und der Ball landet dann bei Jan Urbich. Der dreht sich einmal um sich selbst. Will dann verteilen. Gutes Auge auf der rechten Seite für Pfeiffer. Aber da stand dann doch noch ein Stuttgarter dazwischen. Nächster Ball in die Schnittstelle zu Marcos Alvarez. Der bleibt am zweiten hängen. Und so können die Stuttgarter Kickers den Ball erst mal aufnehmen. Gut nachgesetzt allerdings von Jopek. Och, come on! Und da gibt es Foulpfiff oder Freistoßpfiff gegen den UFC nach diesem Einsatz von Björnjopek. Also, boah. Ihr seht es hier auch noch mal. Dreht sich einmal um sich selbst. Geht dann zu Boden. Also, das ist auf keinen Fall ein Freistoß. Mann, ey. Ihr hört es. Die Schlussviertelstunde wird eingeläutet. 15 Minuten plus X für den UFC und für die Stuttgarter Kickers hier noch zu gehen. Beim Stande von 0 zu 0. Ausgeglichenes Spiel der UFC. In Durchgang 2 etwas aktiv. Aber jetzt durch die Stuttgarter Kickers mit einem Kopfball von Niklas Antlitz. Aber keine Probleme für Brinkis. Und jetzt die Gelegenheit, vielleicht mal gegen etwas aufgerückte Stuttgarter ein bisschen Räume vorzufinden. Alvarez, der da durchstecken wollte Richtung Pfeiffer. Aber Alvarez holt die Kugel super zurück. Irwin Pfeiffer. Moreno. Also, die packen sich hier rein in die Zweikämpfe. Irwin Pfeiffer jetzt. Vorbei am ersten. Vorbei am zweiten. Pfeiffer jetzt schon Richtung Strafe unterwegs. Aber gegen ganz, ganz viele. Urbich, der noch mal versucht, die Kugel da zu holen im Strafraum. Kriegt er auch. Und dann gibt es Eckball. Muss es noch Eckball geben? Nein, es gibt Abstoß. Schade, schade, schade. Also, aus unserer Perspektive natürlich nicht ganz, ganz klar zu sehen. Aber für meine Begriffe hätte das da auch eher Eckball geben können. Aber gut. Es ist, wie es ist. Gibt Abstoß vom Tor von Felix Dornenbusch. Es ist ja eine derartig intensive, leidenschaftliche, umkämpfte Partie. Das ist jetzt nicht immer. Also, es sind jetzt nicht Spielzug um Spielzug um Spielzug, wo man mit der Zunge schnalzt. Aber es ist geiler Fußball. Es ist leidenschaftlicher Fußball auf beiden Seiten. Es sind intensive Zweikämpfe. Und es steht hier nach wie vor 0 zu 0. Es ist wirklich ein geiles Auftaktspiel in die Regionalliga Südwest 23-24. Aber natürlich wollen und wünschen wir uns diesen Sieg beziehungsweise Führungstreffer. Und ich glaube, die Mannschaft, die hier in Führung geht, hat ja auch wirklich allerbeste Chancen, dann die drei Punkte auch für sich zu verbuchen. Allerdings bis hierhin wirklich wenig, wenig klare Torraumszenen. Beide Mannschaften verteidigen das sehr, sehr konsequent, sehr leidenschaftlich. Und der UFC wird gleich wieder den nächsten Anlauf nehmen. Rossmann hat den Ball in der eigenen Hälfte. Jopek, der zwischen seinen zwei Innenverteidigern steht, dann erst mal auf den Ball tritt. Dann geht es wieder halb rechts auf Rossmann. Rossmann, der wird jetzt wieder angelaufen von Antlitz, geht es jetzt rechts raus auf Moreno. Moreno, der dann aber erst mal zurückgehen muss, weil er da sofort wieder angelaufen wird von Mauersberger. Also wie konsequent die Stuttgarter hier ihre Defensivwege machen, da ist natürlich wenig Raum. Wir haben gesehen, wir haben die Aktionen auch in petto, um auch diese engen Spiele dann für uns zu ziehen. Aber der muss dann natürlich auch irgendwann reinfallen. Arce sind erst mal gut die Kugel zurückgeholt. Jopek zentrale Position, überlässt Breitenbach. Und dann geht es rechts raus auf Rossmann. Rossmann, über den geht natürlich viel im Spielaufbau mit seiner Klasse. Jetzt tritt er einmal auf den Ball, geht vorbei am Gegenspieler, auf Alvarez, halb rechts, jetzt auf Pfeiffer, dann rechts raus auf Moreno. Pfeiffer bietet direkt den Lauf in die Tiefe an, Moreno muss dann aber erst mal abdrehen ins Zentrum auf Alvarez. Alvarez Doppelpass mit Moreno. Moreno kommt da dann noch ran irgendwie, Richtung Grundlinie. Das ist erst mal ein Stuttgarter dazwischen. Und das Gegenpressing vom OFC kriegen sie erst mal mit einem Befreiungsschlag gelöst. Rossmann, der steigt da nicht mal hoch, so gut steht er zum Ball. Breik springt an der Kugel vorbei. Aber die Stuttgarter sammeln den zweiten Ball ein und können jetzt kontern. Linke Außenbahn, Mauersberger, der neue Mann, über links, Ball in die Tiefe gespielt. Und da müssen sie jetzt erst mal verteidigen. Archesen, dann geht es wieder links raus auf Mauersberger, Mauersberger. Flanke hinein in den Strafraum, zweiter Pfosten. Da ist erst mal Wanner, glaube ich, mit zurückgeeilt. Zweiter Ball wieder bei Stuttgart und der Ball streicht rechts am Tor vorbei. Das war der Mann mit der Nummer 33, Niklas Antlitz. Wie gesagt, der Mann, der in der vergangenen Saison der zweitbeste Torschütze der Regionalliga Südwest war. 79. Minute. Der UFC wird gleich doppelt wechseln. Derflinger und Albrecht werden kommen. Männer für die zentralen Positionen im Mittelfeld. Albrecht wird einen der beiden Sechser beerben. Entweder Breitchenbach oder Jopek. Und Derflinger ganz klar für die Spielmacherposition. Also ich erwarte, dass Alvarez dann Feierabend hat, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Hat immer wieder gezeigt, dass er genau der Mann ist für diese engen Räume. Wenn der Gegner hinten drin steht, dass er diese Situation auflösen kann. Hat zwei richtig starke Aktionen gehabt, wo er wirklich große Torchancen mit initiiert hat. Und ein Tor sogar aufgelegt hat. Aber da war es eben anscheinend ganz, ganz knapp abseits. Und dann wird der Wechsel wahrscheinlich gleich kommen. Albrecht Derflinger. Und ja, Alvarez geht runter. Willkommen, den Applaus, den Riesenapplaus. Marcos Alvarez. Teilweise erheben sich die Zuschauer sogar. Die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und Jopek geht tatsächlich runter. Nein. Jopek geht nicht runter. Urbich geht runter. Nein, jetzt gibt es ein bisschen Verwirrung. Also wer geht denn jetzt runter? Ja. Jopek geht runter. Jopek hat Feierabend. Auf der Sechs wirklich ganz, ganz viele Bälle geklaut und geholt. Der hat da wirklich eine ganz starke Antizipation. Und Julian Albrecht wird kommen. Und die Nummer 39. Julian Albrecht. Und dann schauen wir, was der junge Mann für die Sechs, respektive auch Acht, da jetzt noch dem Spiel geben kann. Und Derflinger auf der Spielmacherposition hat ja eine starke Vorbereitung gespielt. Und jetzt kommt der UFC über links an der Grundlinie. Da kombinieren sie sich so ein bisschen durch. Durch Hereingabe flach. Aber am ersten Pfosten schon abgefangen. Urbich, der da sofort wieder dazwischen sprintet. Der hat einen Motor. Das ist wirklich krass. Zieht da immer wieder die Sprints an. Und der UFC zieht das Spiel an. Rossmann ins Zentrum auf Breitenbach. Der da aufdrehen kann. Breitenbach möchte da links rausspielen. Zweiter Ball ist bei Derflinger. Der kann die Kugel einsammeln. Derflinger halb links. Jetzt ganz links raus auf Ronny Marcos. In Flankenposition treten wir nochmal ab. Auf Albrecht. Albrecht. Um den Strafraum herumgespielt. Breitenbach. Breitenbach. Ganz rechts raus. Auf Vincent Moreno. Moreno. Jetzt geht er vorbei am Gegenspieler. Richtung Grundlinie. Flanke kommt rein. In die Mitte. Da war Wanner hochgestiegen. Kommt aber nicht ganz ran. Dann wird er schon wieder. Kriegt er schon wieder abgepfiffen. Aber hektisches Gewinke. Da hat sich ein Stuttgarter wohl dann ernstlicher wehgetan. Ja, hoffen wir, dass das nichts Schlimmeres ist. Aber da wurde sofort gewunken, dass da die medizinische Abteilung kommen muss. Wir schauen nochmal rein. Toller Angriff von Vincent Moreno. Toller Antritt von ihm. Flanke kommt rein. Und ich glaube, im Replay wird es dann doch deutlich. Wanner zeigt es auch direkt an. Kommt da glaube ich mit dem Arm an den Kopf. Von dem Innenverteidiger. Du sagst Kopf an Kopf. Wir können nochmal reinschauen. Erstmal ein toller Antritt von Vincent Moreno. Flanke kommt rein. Ja, also sie kollidieren da auf jeden Fall. Wanner steht schon wieder. Da hat sich auf jeden Fall nicht wehgetan. Aber der Stuttgarter Kollege. Und dementsprechend war dann sofort auch das Spiel unterbrochen. 82. Gleich 83. Minute. Nach wie vor 0 zu 0. Es ist ein Spiel-Spitzaufknopf. Der UFC ist die aktivere Mannschaft in Durchgang 2. Torchancen dennoch Mangelware. Selten, dass man zu klaren Abschlüssen kommt. Weil aber auch beide Mannschaften absolut konsequent verteidigen. Sich gar nichts schenken. Und Stuttgart anzeigt. Die werden hier absolut mithalten können in dieser Liga. Und vielleicht werden sie, wie von einigen Trainern prognostiziert, auch das Überraschungsteam sein. In der Saison. Das wird alles die Zeit zeigen. Und jetzt. Ja, Stuttgart musste. Ich weiß nicht, ob sie sogar gewechselt haben. Auf jeden Fall der Spieler, der sich gerade wehgetan hat. Jetzt erst mal draußen außerhalb des Spielfeldes. Aber ich glaube, der zeigt gleich schon wieder an, dass er gleich wieder rein will. Jetzt gibt es aber erst mal den Freistoß aus dem eigenen Strafraum von Keeper Felix Dornebusch. Einige Male wurde er geprüft. Aber bis hierhin. Der UFC noch auf der Suche nach der zündenden Idee. Der Freistoß von ihm auf jeden Fall direkt durchgerutscht. Zu seinem Gegenüber, zu Johannes Brinkis. Und der UFC natürlich sofort wieder auf dem Weg nach vorne. Stuttgart erwartet die Offenbacher jetzt nur noch in der eigenen Hälfte. Es ist also jetzt in der Schlussphase das Spiel auf ein Tor. Die Stuttgarter nur noch hinten drin. Toller Ball. Richtung Grundlinie. Albrecht kriegt er den noch reingehoben. Tatsächlich. Richtung Erwin Pfeiffer. Und dann hebt der Linienrichter die Fahne. Sagt, der Ball war doch immer aus. Marius, du bist unzufrieden mit der Situation. Wir können es natürlich von hier aus nicht ganz genau auflösen. Nichtsdestotrotz, du hättest ihn gerne noch drinnen gesehen. Natürlich, natürlich. Nach diesem Ball kratzt er ihn ja noch. Aus meinen Augeneraus knapp vor der Linie weg, aber eben doch nicht. Gibt dann Abstoß zu Stuttgart. Also weit nach vorne, Dornebusch. Halbrechte Seite. Wird verlängert. Achtung jetzt. Moreno geht mit dem Fuß dazwischen. Pfeiffer. Aber Stuttgarter Kickers holen sich da den Ball auf der linken Seite. Jetzt wird der Hereingabe nochmal abgefälscht. Und Rossmann geht dazwischen. Der Flinger schaltet am schnellsten. Wird verfolgt von zwei. Christian Derflinger. Bis zur eigenen Eckfahne. Und da gibt es ein Wurf für den UFC. Das hat er dann gut geklärt. Also ich sag mal, wenn du nach dem Fall den Stuttgart hier angeboten hast, bis hierhin in der 85. Minute so dann noch mit zwei Mann drauf sprinten kannst. Da wurde vor der Saison im Konditionstraining auch bei den Stuttgartern, glaube ich, einiges richtig gemacht. Der UFC geht dieses Tempo selbstverständlich auch mit. Mit Urbich jetzt klasse prallen lassen für Erwin Pfeiffer auf die rechte Außenbahn. Pfeiffer jetzt mit dem Antritt. Geht er vorbei am ersten, vorbei am zweiten. Wird verfolgt von Luigi Campagna. Aber von dem lässt er sich nicht aufhalten an der Grundlinie. Pfeiffer flanke hinein Richtung zweiten Pfosten. Dornbusch kommt nicht ran. Ball rauscht durch den Strafraum. Zweite Welle mit Ronny Marcos. Wird dann auch noch abgekretscht. Trotzdem. Ihr hört, was hier los ist. Es ist das Anrennen auf ein Tor. Tor auf das Tor von Felix Dornbusch. Und Christian Arcesen. Jetzt schaut er, wo kann er hinspielen. Geht es zurück zu Rossmann oder geht es nach vorne? Nein, es geht erstmal zurück zu Rossmann. Rossmann nimmt die Kugel an. Schaut, wo kann er hinspielen. Dann muss es wieder zurückgehen zu Arcesen. Sie suchen natürlich nach den Lücken hier jetzt. Christian Arcesen vom VfR angekommen vor der Saison. Chipball Richtung Strafraum. Der war zu hoch angesetzt von Christian Arcesen. Kein Problem für die Stuttgarter Defensive. Dornbusch, der merkt jetzt seine Kameraden. Sind dann vielleicht auch ein bisschen müde gelaufen. Jetzt so langsam. Nehmt da jetzt natürlich absolut die Zeit von der Uhr. Los für die Jugend. Wir haben gerade schon hingeguckt und gedacht, es gibt die Zuschauerzahl. Die wird es aber wahrscheinlich jetzt auch bald geben. Der Abstoß von Dornbusch jetzt weit nach vorne. Wanner, der erstmal Kopfballduell nicht für sich entscheiden kann. Zweiter Ball ist aber bei Albrecht, der erstmal zurückspielt. Und wow! Marius, verkündet du es. 11.483 Zuschauer. Das ist der Wahnsinn. Sensationell. Was für eine Zuschauerzahl. Elftes Jahr Regionalliga Südwest. Und ihr kommt hier einfach schon wieder. Wie geil ist das denn? 11.483 Zuschauer. Das muss doch jetzt nochmal den letzten Push geben. Gebt nochmal alles auf der Waldemar-Kleintribüne. Dass wir hier die Jungs noch irgendwie zum Siegtreffer tragen können. Rossmann. Ganz, ganz langer Ball Richtung Grundlinie. Fällt ja runter bei Irwin Pfeiffer. Nein, leider nicht. Erst geht ins Tor aus. Abstoß für Felix Dornebusch. Der sich da natürlich jetzt auch Zeit nehmen wird. Nimmt erst nochmal einen Schluck aus der Trinkflasche. Und wird natürlich, ja, es jetzt nicht allzu eilig haben. Die Kickers-Fans geben alles. Und das gilt für Blau-Weiß wie für Rot-Weiß. Wollen wir auch auf keinen Fall unterschlagen. Saugeiler Auswärts-Support. Letzte Saison haben wir da, glaube ich, Trier enorm gelobt. Die haben es ja leider nicht geschafft mit dem Klassenerhalt. Hohes Bein jetzt von Rossmann. Ja, und dann wird ein Stuttgarter dann von hohem Bein von Rossmann auch letzten Endes getroffen. Und dann gibt es Freistoß für Stuttgart nochmal aus einer gefährlichen Position für eine Freistoßflanke. Mauersberger da halblinks. Ja, was werden das sein? Wahrscheinlich 22, 23, 24 Meter Torentfernung. Halblinke Position. Freistoßflanke von Kammerbauer. Vom Tor weg mit links wird es wahrscheinlich geben. Oder mit rechts zum Tor hin von Mauersberger. Danach sieht es jetzt eher aus. Also Freistoßflanke zum Tor hin. Und der UFC muss das natürlich verteidigen. 88. Minute beim Stande von 0 zu 0. Jetzt nochmal die große Chance für die Stuttgarter Kickers. Ist natürlich jetzt Großbetrieb im Offenbacher Strafraum. Mauersberger, jetzt hebt er die Hand. Flanke kommt rein. Kurz gezogen. Nochmal verlängert auf den zweiten Pfosten. Immer noch Gefühl im Offenbacher Strafraum. Nicht geklärt. Moreno erstmal raus. Zweiter Schuss aus dem Rückraum. Aber der geht in das zweite Stockwerk. Geht da auf die Tribüne über die Fangnetze hinweg. Brinkis hat den Ball schon am Fuß. Abstoß schon kurz ausgeführt. Auf Christian Nachcesen. Ronny Marcos hat jetzt ein bisschen Platz vor sich. Treibt die Kugel vor. Sehr lange Ball Richtung Urbich wird aber abgefangen. Zweiter Ball ist beim UFC. Wanner auf Albrecht gespielt. Ins Zentrum auf Jason Breitenbach. Dann geht es rechts raus auf Vincent Moreno. Vincent Moreno. Grundlinie runtergespielt Richtung Irwin Pfeiffer. Kann er da irgendwie im Gewühl was machen? Gemeinsam mit Derflinger. Können sie den Ball irgendwie holen? Giftige Zweikämpfe da auf der rechten Außenbahn. Und dann war es die Idee zugiftig von Christian Derflinger. Zumindest wenn es nach dem Geschmack von Timo Gerrach geht. Der die Szene dann abpfeift. Auch faul entscheidet. Erklärt es dem Christian Derflinger nochmal. Gibt dann auch Shake Hands. Trotz der Härte der Partie. Jederzeit fair geführt von beiden Seiten. 89. Minute. Jetzt so langsam beginnt natürlich das Schielen Richtung Timo Gerrach. Was gibt der obendrauf? Es gab Verletzungsunterbrechungen. Es gab die Spielunterbrechungen. Fünf Minuten schätzt du oder weißt du, Marius? Ich schätze es. Bin mal gespannt, was er gleich anzeigen wird. Erstmal der weite Ball von Dornobusch in die Spitze. Breitenbach ist der Erster dran. Und Derflinger geht nochmal dazwischen. Ball in die Spitze in Richtung Urbicht. Den sucht er zumindest. Da aber Stuttgarter Kickers holen sich erstmal den Ball zurück. Dornobusch, weiter Ball. Vincent Moreno kommt irgendwie mit dem Kopf dran. Antlitz. Aber Rossmann hat das geahnt, diesen Pass von Antlitz. Oh fuck, die Stuttgarter holen sich den Ball schon wieder zurück auf der linken Seite. Ball in die Mitte zu Antlitz. Legt nochmal ab. Achtung, wieder zurück. Jetzt kommt gleich die Flanke der Stuttgarter auf den zweiten Pfosten. Gestoppt. Gang gedreht. Dann der Schuss. Und da ist das Tor zum 0 zu 1. Kevin Dickelhuber. Vergangenes Saison 26 Tore. Und jetzt ist es der Lucky Punch für die Stuttgarter. Ist das schmerzhaft? Ist das bitter? Und was im Auswärtsblock jetzt los ist, das ist natürlich klar. Hart, hart, hart. Dickelhuber. Links in Knick. Brachiales Ding. Brachialer Abschluss vom Routinier. 34 Jahre alt. Und wir sehen viele Betriebsen in der Gesichter. Zumindest die, die es mit den Kickers in Rot und Weiß halten. Und da hat der Dickelhuber ein Grinsen im Gesicht. Kann es selbst nicht ganz fassen. 6 Minuten Nachspielzeit. Also. Jetzt nochmal alles nach vorne. Jetzt müssen wir nochmal alles reinschmeißen in den Stuttgarter Strafraum. Hier diese Niederlage noch abzuwenden. Rossmann, der steht schon auf der Mittellinie. Der wird gleich voll Sprint nach vorne gehen. Maxi Rossmann, der Innenverteidiger. Den hält jetzt nichts mehr hinten. Also. Verteidigung aufgelöst. Jetzt hoch und weit mit der Brechstange. Richtung Rossmann. Der mit dem Kopf versucht zu verlängern. Zweiter Ball dann bei Breitenbach. Breitenbach sofort wieder rein in den Strafraum. Richtung Urbisch. Kommt aber nicht an. Ball. Jetzt der zweite Ball bei Stuttgart. Die jetzt vielleicht umschalten. Könnten aber einfach nur noch rausschlagen die Kugel. Das heißt, Archesen kann gleich einsammeln. In der eigenen Hälfte. Und gleich wieder nach vorne spielen. Albrecht. Albrecht. Lang nach vorne. Richtung Rossmann. Der wird da erstmal umgestummt. Und. Ja. Ein bisschen Missverständnisse. Und. Moreno kretscht ins Leere. Und so Antlitz unterwegs. Aber. Der UFC. Schon wieder dazwischen. Christian Archesen. Der jetzt die Kugel nach vorne treibt. Wird gleich den nächsten langen Ball geben. Richtung Rossmann. Rossmann. Da kommt aber nicht ran. War ein schlechter langer Ball leider. Landet direkt bei Dornenbusch. Der die Kugel gleich aufnehmen wird. Also. 92. Minute. Und der UFC rennt diesem verflixten Gegentor hinterher. Und sechs gibt es insgesamt obendrauf. Also noch vier Minuten Nachspielzeit für den UFC hier. Dieses wirklich verdiente 1 zu 1 immer hinzuholen. Zeitspiel jetzt. Vorm Keeper. Was? Hä? Oder gibt es. Was ist denn das jetzt? Foulspiel oder was? Ja. War ganz böses Foulspiel von Jan Urbich. Der es gewagt hat. Zwei Meter in der Nähe vom Keeper zu stehen. Beim Abstoß. Ja. Hier sieht René Keffel im Bild. Der ist ähnlich ungläubig wie wir das sind. Aber gut. Abstoß. Oder Freistoß. Dornebusch. Weit nach vorne die Huller. Wer gewinnt das Kopfballduell? Archesen gewinnt es. Aber zweiter Ball ist dann bei Stuttgart. Und da geht der Ball wieder nach vorne. Archesen wieder mit dem Kopf dazwischen. Und der Ball ist im Seitenhaus. Was gibt das Einwurf? Stuttgart. Marius muss sich am Mikrofon jetzt schon mal verabschieden. Hat jetzt noch andere Pflichten als Pressesprecher. Und da müssen wir das jetzt alleine zu Ende bekommen. Hoffen wir, dass Marius jetzt gleich, wenn er in den Innenraum geht, eine Bude verpasst. Und zwar für den UFC. Dann wird es hier natürlich laut. Aber dafür müsste der UFC überhaupt jetzt mal nach vorne kommen. Stuttgart stellt das alles hoch zu. Macht das jetzt geschickt. Verändert, dass der UFC da überhaupt zu den langen Bällen kommt. Moreno. Weiter Einwurf aus der eigenen Hälfte. Urbich mit dem Kopf abgelegt. Nochmal für Breitenbach. Der weit nach vorne schlägt. Zu Rossmann. Der verlängert. Zu Wanner. Aber der kann da nicht rankommen. Wanner sprintet direkt durch zu Dornebusch. Wo der Ball gerade hin zurückgespielt wurde. Und der schlägt die Kugel weit nach vorne. Jetzt wieder zurück der Ball bei Brinkis. Und der erstmal links raus auf Ronny Marcos. Ronny Marcos. Auf dem Weg nach vorne. Ja, schaut da. Langer Ball. Richtung Rossmann. Rossmann gewinnt das Kopfball. Der verlängert auf Pfeiffer. Pfeiffer im Strafraum. Und dann geht er da zu Boden. Und dann soll er den Ball mit der Hand mitgenommen haben. Ah, es ist schon wahnsinnig bitter. Der UFC bekommt extrem viel im Strafraum abgepfiffen. Ich möchte gar nicht unterstellen, dass das alles Fehlentscheidungen sind. Aber es ist schon echt hart. So viele Aktionen im Strafraum aussichtsreicher Natur, die da abgepfiffen werden. Kann schon sein, dass Pfeiffer da mit der Hand dran war. Sah jetzt von der Kameraperspektive hier schon so aus, als wäre das möglich. Und so gibt es natürlich wieder Freistoß für Dornebusch. Der lässt sich Zeit. Und dann werden die Stuttgarter hier natürlich mit einem dicken Ausrufezeichen hier wieder angekommen. In der Regionalliga Südwest und der UFC. Ja, mit einer herben Enttäuschung zum Auftakt. Da müssen wir nicht drum herum reden, dass das wahnsinnig bitter ist. Moreno, riesen Einsatz hier nochmal. Verhindert den Eckball. Ganz, ganz stark von ihm. Aber eben nur den Eckball verhindert. Auf Kosten eines Einwurfs. Und dann lassen sie sich selbstverständlich Zeit. Das ist ja ganz klar. Dass sie es hier jetzt überhaupt nicht mehr eilig haben. Kammerbauer, der Linksverteidiger. Lässt sich Zeit. Schaut, wirft rein. Und dann halten sie erstmal die Kugel. Das sind jetzt natürlich diese ganzen Spielchen, die wir kennen. Aber Pfeiffer, der die Kugel erobern kann. Die Flanke kommt trotzdem nochmal rein in den Strafraum. Wanner gewinnt das Kopfballduell. Und dann kann es jetzt vielleicht nochmal nach vorne gehen für den UFC. Das wäre wahrscheinlich so das letzte Mal, da wir jetzt gleich in der 95. 96. Minute sind. Moreno, langer Ball nach vorne. Aber nicht weit genug. Nochmal die Kugel. Zurück zu Art Chesen. Art Chesen. Der wird es auch gleich wieder langen Ball nach vorne bringen. Nein, erstmal links raus auf Ronny Marcos. Der jetzt mit der Kugel weit nach vorne. Die weiten Bälle, die sind schwach. Trotzdem schwache Verteidigungsaktion. Jetzt nochmal Richtung Strafraum. Und Pfeiffer bekommt es wieder abgepfiffen. Ja, hat es den Ball da einmal zum Schießen vorgelegt. Hat er ausgeholt. Wollte abschließen. Und dann ist da noch ein Stuttgarter dazwischen gesprungen. Und dann trifft er den Stuttgarter. Und es gibt den Freistoß für Stuttgart. Das geht schon in Ordnung, so bitter das ist. Ei, ei, ei. Ei, und dann ist die Nachspielzeit bald abgelaufen. Vielleicht gibt es nochmal eine halbe bis ganze Minute obendrauf. Aber ja, wenn der UFC den Ball nochmal nach vorne geprügelt bekommt, das wird dann das letzte Mal sein. Jetzt nochmal Freistoß, Dornebusch weit nach vorne. Da springen sie nochmal hoch. Art Chesen gewinnt das Kopfballduell. Zweiter Ball ist bei Stuttgart. Die dann nochmal mit Antlitz die Kugel versuchen zu halten. Und dann geht es durch die Reihen der Blauen. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt wahrscheinlich sogar schon über die Zeit gebracht haben. Mauersberger nochmal links an der Grundlinie. Unterwegs im 1 gegen 1 gegen Moreno. Mauersberger dreht die Pirouette gegen zwei Mann. Geht da durch. Und dann wird er nicht gefault. Vielleicht nochmal die Gelegenheit nach vorne zu kommen. Nochmal die Chance umzuschalten. Nein, Ball ist weg. 96, 20. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass der UFC nochmal nach vorne kommt. Denn die Stuttgarter, die behalten den Ball jetzt in ihren Reihen. Spielen nochmal links raus auf Mauersberger. Seid eine Einwechslung. Absoluter Aktivposten. Ball ist im Seitenhaus. Gibt nochmal einen Wurf für Stuttgart. Und wir sind jetzt 96, 39. Also 97. Minute. Sechs Minuten waren angezeigt. Ist ja nochmal das Tor gefallen in der 90. Ein, zwei Unterbrechungen gab es dann auch nochmal. Aber viel wird es nicht mehr oben drauf geben. Und Stuttgart auf der linken Außenbahn. Die zocken das jetzt hier runter. An der Eckfahne. Ganz klassisch, wie ihr es kennt. Körper rein. Und irgendwie die Kugel halten. Und was macht Moreno da? Spielt den Ball nochmal in Seitenhaus. Und dann gibt es nochmal einen Wurf für Stuttgart. Und jetzt ist es geschafft. Glückwunsch an Stuttgart. Das gibt die Fairness. Als Aufsteiger hier wirklich. Alles abgerissen. Was möglich war. Was nötig war. Bringt den UFC hier nieder. Das ist im Spielverlauf nach etwas unverdient ist. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich denke, damit verabschiede ich mich am Mikrofon. Leute, schaut, dass ihr noch irgendwo ein Frustbier trinkt vielleicht. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.